herzlich willkommen zum neuen tech talk bei kurs of you heute jubiläums folge tech talk 25 wir machen den bums schon seit über zwei jahren heute mal ein bisschen bisschen lockerer wir haben auch schon gerade die pre show die war ziemlich lang also wir haben schon einiges aufgefahren heute aber auch ein paar ernste themen wir wollen euch so ein bisschen die quarantäne corona zeit auch ein bisschen versüßen mit so ein paar lustigen geschichten und deswegen wir lassen uns heute mal so ein bisschen treiben und versuchen die themen durch zu peitschen die wir da haben aber es wird denke ich mal ganz amüsant an der ein oder anderen stelle aber ich mache das ja nicht alleine und ich habe das auch noch nie alleine gemacht deswegen wer ist heute dabei der david natürlich auch und der georg und natürlich der steffen wir sind heute da ich hätte zwar am liebsten alle dabei gehabt aber das ging zeitlich nicht und ich wollte vor allem das ganze noch am ersten mai rausbringen für die leute die drin bleiben müssen wo das wetter scheiße ist also zumindest bei uns soll es nicht so dolle werden genießt es einfach lehnt euch zurück keine ahnung mit einer bratwurst und keine ahnung bier und oder was weiß ich stück kuchen genießt einfach hört zu und chillt ein bisschen und ja gut am anfang habe ich jetzt noch so ein paar organisatorische themen einmal ihr habt es schon gemerkt bisschen anders der podcast wird sich in den nächsten wochen monaten vielleicht noch ein bisschen verändern ich habe da sogar stellschräubchen an die ich drehen wollte und das habe ich jetzt auch gemacht eine stellschraube war zum beispiel dass wir jetzt mittlerweile den podcast hoster gewechselt haben wir hatten das davor ja bei einem dienstleister das kann ich vielleicht mal kurz aus nähkästchen erzählen und haben dann schweine geld dem hinterher geworfen und es hat er so naja funktioniert und jetzt haben wir das ganze selbst gemacht grund war einfach damals wir wo wir angefangen haben da gab es so gewisse sachen oder so gewisse plattformen da konnte man nur mit einem qualifizierten hoster reingehen mit einem zertifizierten hoster der irgendwie bekannt ist und so weiter und dem musste man geld in rachen werfen dass man dann halt überall veröffentlicht wird die zeiten sind vorbei außerdem haben wir halt mittlerweile schon so eine gewisse möglichkeit an gewisse plattformen ranzutreten und deswegen haben wir das jetzt selbst gehostet haben halt jetzt auch andere möglichkeiten beim podcast und können zum beispiel die qualität so einstellen wo wir sagen wo da haben wir bock drauf und wir sind halt jetzt noch bei noch mehr anbietern also wir haben jetzt zum beispiel auch wir hatten ja davor schon itunes spotify wir hatten natürlich youtube daily motion und jetzt ist eben noch mal google podcast dazu gekommen tune in radio stitcher und dieser als audio plattform und es ist übrigens auch unsere audiothek online gegangen audiothek also wie mediathek oder videothek einfach mit audio geschrieben punkt qso4u.com da könnt ihr dann die ganzen audio beiträge erreichen wir arbeiten da noch aktiv dran also nicht wundern manchmal bei manchen sachen der text ist noch nicht ganz formatiert und so weiter also in den in den beiträgen selbst aber ansonsten funktioniert das ganze schon und darauf werden alle podcast folgen erscheinen als audio ihr könnt ihr da downloaden ihr könnt ihr in euer podcast programm importieren wie ihr wollt das sind auch die rss feeds hinterlegt falls ihr noch den alten rss feed abonniert habt der fällt ab mai jetzt weg das heißt also guckt in die beschreibung dass der neue rss feed oder auf der audiothek in der audiothek ist der neue rss feed den ihr euch dann abonnieren könnt genau damit ihr halt jetzt nicht euch wundert warum auf einmal nichts mehr ankommt genau die audiothek da werden dann die podcast veröffentlicht plus deswegen heißes ding auch audiothek alle audio beiträge von qso4u.com von unseren youtube channel also sprich wenn wir zum beispiel interviews machen dann werde ich die in zukunft nicht nur als video veröffentlichen sondern eben auch als audio und ich werde denke ich auch die ganzen interviews gerade mit so leuten wie sebastian schreiber oder so also wo sich es wirklich lohnt die werde ich dann auch als audio in der audiothek veröffentlichen dann kann man sich die da auch anhören weil ich finde aktuell ist ja podcast in aller munde und alle welt hat ein podcast selbst davids arbeitgeber hat ein podcast ja und deswegen habe ich gedacht okay die konsequenz daraus ist eigentlich wir sollten auch mehr podcast machen oder zumindest den leuten die möglichkeit geben alles irgendwie über podcast zu erfassen oder so viel wie möglich gut das war das ein hinweis noch vorab wir haben jetzt auch eine mail adresse das hat sich jetzt auch geändert mit der 25 es gibt jetzt eine dedizierte e mail adresse an die ihr schreiben könnt wenn ihr irgendwas für den podcast habt irgendwelche informationen irgendwelche fragen anregungen wünsche was auch immer oder ihr uns einfach mal hemmungslos beleidigen wollt dann schreibt an tech talk at kurs of you.com ähm und wir richten das jetzt auch da noch so ein das muss ich auch noch machen haben wir noch nicht gemacht weil es ist alles ganz brandneu ist äh dass jeder von uns hier drauf kann auf die e mail adresse und das ganze auch sieht was ihr schreibt und dann können wir darüber hier reden und ja ich glaube das ist eine gute neue möglichkeit äh klar man könnte jetzt drüber streiten hier äh e mail ja medium aus letzten jahrhundert aber es ist halt trotzdem irgendwie noch praktisch es macht halt sinn gerade für längere sachen äh oder für sachen die jetzt nicht unbedingt öffentlich zu sehen sein wollen äh leute die zu sehen sein wollen öffentlich in den kommentaren oder so ist halt eine e mail adresse ganz schick gut soviel zu dem organisatorischen ähm ich würde sagen wir kommen mal zu jemandem mit türkisen haaren ähm wie heißt denn der nochmal rezo genau der alte zerstörer der alte zerstörer genau ähm der hat mal wieder einen rausgekloppt und ähm hat ein video veröffentlicht ähm wie politiker momentan auf schüler scheißen und ähm ja das heißt wirklich so der titel heißt wirklich so und ähm ich habe am anfang überlegt nehme ich das ganze ding mit rein oder ähm ja oder oder lasse ich es nachdem aber dann mittlerweile sich ein paar leute drüber aufgeregt haben habe ich es mir dann angeguckt und habe mir gedacht okay also so ganz äh eindeutig ist es dann doch nicht worum geht es erstmal vielleicht was 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 ist Inhalt des äh des Videos hier geht es konkret darum dass ja jetzt aktuell äh immer mehr Schüler wieder in die Schule sollen trotz der ganzen Ausgangsbeschränkungen klar die jetzt gelockert werden Stück für Stück aber es die Gefahr ist ja immer noch da und äh eigentlich muss man ja sagen dass die richtige Welle ja eigentlich jetzt noch erst anfängt also wenn man so den Virologen glaubt dann fängt es ja jetzt erst so richtig an in Anführungsstrichen lustig und interessant zu werden ähm und und jetzt äh sagen die äh Kultusministerien yo äh lass uns mal alle Schüler wieder oder möglichst viele Schüler wieder in die Schule schicken ist natürlich eine super Idee und da bin ich auch voll dabei ähm ich weiß nicht wie ihr das seht äh würdet ihr auch sagen es ist eine nicht so gute Idee jetzt alle wieder in die Schule zu schicken oder oder sagt ihr jo das das klappt schon das wird schon funktionieren ähm naja äh es ist halt ein bisschen auch das Problem es gilt in der Schule offiziell keine Maskenpflicht so man hofft jetzt eben darauf dass die Leute schon ihren Abstand halten werden aber äh das hab ich bin ja jetzt auch davon betroffen ich bin jetzt auch wieder in der Schule genau deswegen spreche ich ja drüber ähm ich merke halt man hält überhaupt nicht den Abstand also das ist man gibt sich größte Mühe aber dann ist halt dann doch irgendwo wo was wo man gemeinsam sieht und dann denkt man halt nicht dran und hat dann trotzdem diese Gruppenbildung und das Problem auch von vielen ist dass sie halt Angehörige äh zu Hause haben die halt schon Vorerkrankungen haben und die dann in die Schule dann quasi gegängelt werden ja also du bist eigentlich auch eher gegen die äh also gegen die Schulpflicht oder dass die Leute wieder in die Schule gehen die Schüler ähm habe ich so richtig vernommen auch als jemand der ja betroffen ist du hattest ja auch alle Vor- und Nachteile aber du würdest auch sagen okay hier ist er pro äh Gesundheit und ähm ich sehe das ähnlich aber ich ich habe gedacht ich lasse euch da mal ein bisschen den Vortritt erstmal ähm David wie siehst du denn die Lage ja ich bin ja jetzt noch nicht so lange aus der Berufsschule raus aber du bist raus genau ich bin raus ich werde alt also wie du du bist raus ne aber ich habe es in meinem Azubis ja also als Jugendauszubild in Vertretung bin ich ja doch noch sehr nah auch an der Ausbildung dran stimmt habe da natürlich auch noch einige Berührungspunkte und jetzt ist es so dass ja bei uns habe ich ja im letzten Podcast glaube ich schon erzählt gehabt ein Corona Special ähm dass ja am Anfang auch noch unsere Schulen äh offen hatten obwohl dann sogar bekannte Corona Fälle da waren und sie erst zwei Tage später zugemacht haben was eh spannend war und jetzt ist es so dass ähm für die Abschlussklassen halt wieder auch Unterricht ähm angeboten wird und ähm ähm da hat halt dann die Schule gesagt das muss der Arbeitgeber jeweils entscheiden ob die Azubis hingehen da haben wir ganz klar gesagt also wir empfehlen es prinzipiell in die Schule zu gehen aber es muss jeder für sich entscheiden ob er das Risiko eingehen möchte weil wir möchten uns nicht den Schuh anziehen dass nachher irgendjemand sich ansteckt oder jemand aus der Familie und dann ist das Drama nämlich groß außerdem ich weiß ja selber wie es auf der Schule aussah das ist ja nicht nur eine Berufsschule das ist ja ein Blog da sind ja noch Mediengestalter Steuerfachleute das sind so fünf große Häuser nebeneinander und auch wenn das optisch neu ausschaut und erst zehn Jahre alt ist ähm ich habe in den ganzen zweieinhalb Jahren ich auf der Schule war glaube ich noch nicht ein einziges Mal Seife im Seifenspender gehabt egal auf welcher Toilette ich da war ähm es ist meistens nie Klopapier da und dann denkst du dir wenn du dir mal anschaust auch die Tastaturen im Unterricht also ich kann verstehen dass ein paar Azubis von mir teilweise echt im Desinfektionsmittel auch generell schon nur die Tastaturen bedienen weil das so versifft und eklig ist und dann erzähl mir bitte mal wie da auf Hygiene geachtet werden soll das kann gar nicht funktionieren ja das war auf anderen Schulen also wo ich vorher auf dem Gymie war war das jetzt auch nicht viel besser ja nee das das unterschreibe ich also ich würde sogar sagen äh 90% der Schulen in Deutschland äh sehen so aus es gibt natürlich gibt es Ausnahmen und es gibt sicherlich auch Kommunen die da irgendwie gesteigerten Wert drauflegen aber die Mehrheit der Schulen sind schon richtige Dreckslöcher anders kann man es nicht sagen und äh ich muss sagen hier ähm bei mir die Berufsschule ist jetzt auch nicht gerade so geil gewesen damals also da äh hast du auch schon äh klar so so Papierhandtücher schwierig Seife schwierig äh kaltes Wasser genau nur kaltes Wasser wo du kurz sagst kaltes Wasser gab es uns auch nur auch so ein Punkt und äh dann muss man also ich hab neulich bei einer äh Talkshow irgendwie gesehen äh Schüler äh Schülerin sag ich schon Lehrerin irgendwie ich glaube aus Hamburg äh die gesagt hat äh bei ihr in der Klasse wenn jetzt jeder Schüler der 30 Schüler 30 Sekunden lang die Hände wäscht dann braucht die mit Unterricht gar nicht mehr anzufangen aber es ist ja allein die Empfehlung und es macht ja auch Sinn dass die Leute sich äh da die Hände waschen so dann das nächste Ding ist halt mit der Maskenpflicht auch ähm äh es gibt glaube ich auch Bundesländer in denen in der Schule das ist ja das nächste Föderalismus es ist ja überall anders aber es gibt glaube ich auch Schulen da ist Maskenpflicht aber bei dir jetzt scheinbar nicht Georg äh doch wir äh also es ist offiziell keine Maskenpflicht aber unsere Schule hat es trotzdem eingeführt die Schule okay ja gut ja es ist halt es ist trotzdem schwierig weil ich sag mal so wie willst du denn Grundschülern oder ich meine wir waren ja auch mal in dem Alter ganz ehrlich äh ich glaube nicht dass du in dem Alter soweit denkst hey das ist äh das ist ganz ganz äh wichtig äh da irgendwie drauf zu achten oder da irgendwo ist es einem in dem Alter wahrscheinlich scheißegal weil zumindest ging es mir so also ich hätte da wahrscheinlich da zum damaligen Zeitpunkt wenn ich da in der vierten Klasse gewesen wäre oder fünften ich hätte das wahrscheinlich nicht umrissen was das für krasse Auswirkungen hat und warum man da so konsequent sein muss und einfach darauf achten muss ähm das hätte ich damals wahrscheinlich nicht in der Komplexität oder alles so wirklich verstanden oder wenn ich es verstanden hätte wahrscheinlich hätte ich es eher so runtergespielt und ich hätte gesagt ja mir passiert das nicht und war Quatsch hier auf dem Dorf und so ne das ist äh das ist schwierig und bringt es mal den Schülern bei und dann ist halt auch noch so das Thema warum ich sage ich meine ich bin jetzt zwar als Schüler nicht betroffen aktuell ähm aber ich bin halt als als Sohn eines Mitarbeiters von der Schule betroffen mein Vater arbeitet ja an der Schule und ähm bei ihm ist es halt auch so auch so er ist definitiv Risikogruppe mit über 60 hat ein bisschen was auf den Rippen und so gesundheitlich auch nicht so so dolle äh wenn man alles mal sieht ne so Gesamtgesundheitszustand ähm ähm und halt so wohlstands äh sei mal ungesund ähm und da ist halt das Problem dass er halt trotzdem tagtäglich mit Schülern und mit Lehrern in Kontakt kommt und die Lehrer mit den Schülern und was weiß ich und es ist halt schwierig und ähm da weiß ich auch nicht ob ich das so gut finde er findet es natürlich auch nicht gut weil er hat den Ernst der Lage verstanden und äh geht jeden Tag mit einem mulmigen Gefühl auf Arbeit auch wenn natürlich der Arbeitgeber sagt hey wir tun alles und bla natürlich versuchen viele Arbeitgeber das möchte ich gar nicht abstreiten vieles aber im Endeffekt ist wahrscheinlich das Einfachste um die ganze die ganze Geschichte sehr wirkungsvoll zu reduzieren einfach wenn du daheim bleibst ist einfach so und ich weiß nicht also ich sehe das halt so und da ihr merkt schon aktuell sind wir falls ihr das Video gesehen habt vom Rezo äh um nochmal darauf zurückzukommen ist auch verlinkt äh in den Shownotes ähm aktuell sind wir ja noch voll auf der Linie vom Rezo aber kommt gleich noch was der Twist an der Geschichte ist und äh deswegen verstehe ich das auch voll und ganz und solche Aussagen das wurde ja auch in dem in dem Video gezeigt von Rezo von der einen Kultusministerin glaube ich war das ne Kultusministerin äh die gesagt hat ja wir werden uns dann gewöhnen müssen dass es halt dann auch da in dem Umfeld Tote geben wird und dafür richten wir ja irgendwie dann Betreuungsstellen ein so genau so Beratungsstellen so Seelsorgerufnummern ja wunderbar ne Hauptsache ich hab keine Ahnung ich war die letzten Monate jetzt noch vom Schuljahr in der Schule ja aber Oma ist jetzt tot ja wunderbar um es mal wirklich so krass zu formulieren aber das wäre ja die die das kann ja wirklich passieren das wir reden ja jetzt nicht darum ja wir spinnen uns hier was zusammen sondern das kann wirklich passieren und das ist halt einfach so ein Punkt wo ich sag in Gottes Namen wir haben jetzt äh eine eine Krise die wir seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr hatten und wir reden oder die Politiker die reden so wie wenn jetzt einfach mal das Wetter schlecht wäre für ein paar Wochen so ja da ist jetzt mal kurz schulfrei und dann geht alles weiter wie bisher oder ja das kriegen wir schon so auf die Art und Weise oder wir müssen unbedingt die Prüfungen äh dieses Jahr schreiben ein Scheiß müsst ihr ganz ehrlich ein Scheiß müsst ihr wir sind in dieser Krise und es wird kein Mensch glaube ich kein Arbeitgeber der Welt wird es den Schülern ankreiden wenn sie sich später bewerben um jetzt mal bei der Realschule zum Beispiel zu bleiben oder bei den Leuten die nicht studieren wollen sondern einfach nur äh dann eine Ausbildung da wird kein Mensch der Welt das ankreiden wenn man dann im Lebenslauf drinstehen hat hey ich hab die Klasse wiederholt weil damals war Corona dann wird der Chef sagen oh scheiße ja stimmt war ich ja auch betroffen in irgendeiner Form es war ja es ist ja jeder betroffen mit irgendwelchen Maßnahmen so und mir geht es nicht in den Kopf rein warum man unbedingt jetzt die Prüfungen sei es Abitur Realschul keine Ahnung qualifizierender Hauptschulabschluss was es da alles gibt warum das jetzt unbedingt auf dem Drücker dieses Jahr passieren muss es gibt einen Grund und das ist wieder wie würde Horst Lüning sagen was Politik und Medien ihnen verschweigen das ist ja immer so sein Claim bei den Videos einen Punkt gibt's der ist mir neulich mal so eingefallen und das ist auch der Grund vielleicht warum die Politiker vehement das Ganze fordern und das ist keine Verschwörungstheorie das sind Fakten das ist der Lehrermangel weil wenn die Schüler die in den Abgangsklassen sind in den Abschlussklassen wenn die ein Jahr länger jetzt da sind dafür haben wir keine Lehrer das ist aber was was die Politik von Jahr von Jahr vor Jahren schon verbockt hat das heißt also das ist ein Problem das wurde immer weiter verschoben und jetzt knallt es halt da richtig aber nochmal also ich mir geht es nicht in den Kopf rein und wie gesagt ich habe damit halt unmittelbar zu tun jetzt mit meinem Vater zum Beispiel und ich kann seinen Unmut verstehen und er macht wirklich seinen Job gern da lege ich die Hand für ins Feuer und das wissen auch die Leute die ihn persönlich kennen dass er mit Leib und Seele seinen Job macht aber es ist im Moment halt so ein Punkt wo es halt schwierig ist wo man wirklich sagt oha das ist wirklich eine Situation der er jetzt nicht direkt ausweichen kann er kann sich natürlich schützen aber es ist halt auch nur so Alibi mäßig Maske und hoffen dass halt trotzdem nichts passiert schwierig und wir wissen ja alle oder zumindest die meisten dass eine Maske auch nicht heißt dass du es nicht bekommst und es ist halt auch wieder so ein Fakt und bei ihm wird es definitiv heftig wenn er es bekommt das weiß ich so und das ist halt so ein Punkt wo ihn halt beunruhigt und deswegen kann ich das nicht nachvollziehen und auch die Schüler ich kann jeden Schüler verstehen der sagt ich hab da keine Lust drauf und ich würde am liebsten jetzt einfach was weiß ich äh mein Vorschlag ist Homeschooling bis zum Ende des Schuljahres noch durchziehen wo es geht wie es geht auch wenn es nervig ist aber es ist besser als den Scheißheim zu schleifen und dann nächstes Jahr gucken was geht wie es geht und ob man dann vielleicht wieder normalen Unterricht machen kann und vielleicht kann man ja bis dahin nochmal wir haben ja dann die Sommerferien die normalen Sommerferien vielleicht kann man da als Schule was machen kann Sachen vorbereiten kann Sachen umorganisieren Sachen vielleicht so organisieren wie man sie nicht organisiert hätte jetzt unter Zeitdruck weil jetzt passiert alles unter immensen Zeitdruck jetzt dann hätte man die Sommerferien um vielleicht in aller Ruhe ein Konzept für nächstes Jahr zu stricken vielleicht eine Idee aber nicht jetzt einfach auf Biegen brechen wir müssen Abschlüsse machen hier wie in Deutschland das muss alles ganz normal weitergehen ein Arsch muss gar nichts muss sorry dass ich da so direkt bin aber das hat mich so aufgeregt also ja ja ich kann mich auch nachvollziehen also ich war auch selber sauer nachdem ich das Video gesehen habe weil erstens ich war immer so unter diesem Argument ja das muss ja wegen der Vergleichbarkeit äh 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 Hamburger Abkommen wenn ein Bundesland sagt okay das ist jetzt so dann haben müssen alle anderen Bundesländer das akzeptieren da kann dich keine Universität und keine Schule dann ablehnen weil es dann heißt ja du hast ein Corona-Abi bekommen du hast ja keine Prüfung abgeschlossen und es sind ja auch alles also ich bin ja auch um das vielleicht nochmal äh klar zu stellen ich bin nicht dafür dass es keine Prüfung gibt ich will die Prüfung für alle ganz normal nur ein Jahr später das ist mein mein Hintergedanke dahinter und dass man einfach sagt okay wir haben jetzt eine absolute Ausnahmesituation und wir behandeln das auch so und diese ganzen Regelungen das ist alles nur Papier man kann das ändern wenn da die richtigen Leute sitzen dann kann man sowas ändern das ist nicht in Stein gemeißelt aber wie gesagt ich glaube halt dass das Riesenproblem ist warum auch die Kultusminister bei sowas nicht mitmachen aktuell ist einfach der Lehrermangel das wissen die ganz genau dass der Lehrermangel existiert das wissen die aber sie sprechen es halt in dem Zusammenhang jetzt nicht an und ich kann mir vorstellen wenn ich allein jetzt von meinem Vater die Schule sehe ähm dass es sicherlich holprig wird wenn die Schüler von dem Schuljahr also die Abschlussklassen nächstes Jahr auch nochmal da bleiben dann wird es wahrscheinlich schwierig weil so viele Lehrer haben sie nicht aber da kann man ja auch wieder Konzepte in den Sommerferien schnüren um diese spezielle Situation irgendwie abzufangen ich rede jetzt nicht davon dass es alles normal ist das wird nicht funktionieren es wird nächstes Jahr ein besonderes Schuljahr dann aber es wird wahrscheinlich irgendwie möglich sein so und ein was noch was mir noch gerade einfällt es sind ja jetzt diese Woche Schulen aufgemacht worden und es sind auch schon die ersten Schulen wieder dicht gemacht worden weil natürlich es gab natürlich wieder Corona-Fälle an den Schulen an den Schulen und dann ist es genauso wie in den Firmen auch bei uns ist es ja so wenn da irgendwelche äh Fälle sind in deiner Abteilung zum Beispiel dann kann es passieren dass die ganze Abteilung daheim bleiben muss so und das sind so Sachen die können jetzt auch passieren bei den Schulen so und dann werden ganze Schulen wenn du jetzt überleg mal es gibt Lehrer die sind einmal fast in den ganzen Klassen wenn du da einen Fall hast ja der Lehrer trägt es von Klasse zu Klasse ins Lehrerzimmer der trägt es nach Hause äh der hat vielleicht Kinder die wieder an anderen Schulen sind und so weiter dann kannst du gleich wieder alles dicht machen also ganz schwierige Geschichte deswegen warum können wir das nicht einfach noch ein bisschen rauszögern und hoffen und da müssen wir uns ja wirklich mal dran klammern hoffen dass wir vielleicht jetzt dann bis Ende des Jahres irgendwann einen Impfstoff bekommen äh und dass man dann halt handelt und dann auch handfest oder ein Medikament das muss ja nicht unbedingt ein Impfstoff sein wirksame Therapien mehr über den Virus wissen die ganzen Virologen die man jetzt alle so hört die sagen alle wir wissen noch nicht viel drüber wir müssen jetzt forschen wir müssen noch mehr machen wir müssen Studien machen wir müssen Daten sammeln und so weiter und wir sind noch ganz am Anfang so und jetzt gleich solche Sachen zu machen viele Virologen reden ja auch davon dass wir in Deutschland einen Fortschritt äh verspielen einfach durch die Öffnung von irgendwelchen Sachen also ganz schwieriges Thema na gut äh warum du es aber eigentlich reinbringen gebracht hast das war noch ja genau das ist ja der Punkt warum das Ganze überhaupt noch mit Podcast ist stimmt jetzt haben wir so viel über das gerandet äh gut jetzt haben wir glaube also ich glaube unser Standpunkt ist klar geworden ihr könnt ja auch mal äh dann schreiben was ihr davon haltet beziehungsweise später komme ich noch zu was anderem ähm ja warum wir das eigentlich mit reingenommen haben der Inhalt vom vom Rezo Video der ist ja auch nicht ganz umstritten also die Punkte die das waren so die ersten glaube ich 10 Minuten 15 Minuten die wir gerade jetzt diskutiert haben da sind wir eigentlich mit Rezo auf einer Linie dass wir sagen Schule jetzt öffnen eigentlich scheiße und wie sich die Politik verhält schwierig so wo ich absolut mit meinem um Zuschauer zu zitieren mit meinem libertären elitären Gehabe äh konform ging ist die Tatsache dass er am Ende äh mal die ganzen Kultusministerien zeigt und die ganzen Kultusminister und Ministerinnen ähm und sagt Leute ihr wisst ja was ihr zu tun habt wählt diese Parteien von den Leuten nicht mehr so jetzt am Anfang habe ich auch gedacht wie ich das erste Mal das Ganze gesehen habe habe ich es eigentlich nicht weiter beachtet habe gedacht okay das kann man ja so sagen im Nachhinein dann habe ich einen Post auf Twitter oder irgendwas einen Tweet gelesen äh wo das heftigst diskutiert wurde und dann ist mir erst so ein Kopf gekommen Moment mal was hat er da eigentlich jetzt gesagt und Moment mal was hat er da jetzt eingeblendet wenn man sich mal die Tabelle anguckt da sind nämlich alle etablierten Parteien drauf so das würde ja im Umkehrschluss wenn man es konsequent sehen würde äh würde es ja heißen wählt nur noch ganz links oder ganz rechts weil die ganzen etablierten Parteien oder äh ja ganz 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 grün ne also die etablierten Parteien die sind alle nicht vorhanden es sind alle vorhanden also die darf ich nicht mehr wählen und diese Message an Schüler rauszuhauen äh schwierig also ich weiß nicht wie ihr das seht finde ich schwierig vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu empfindlich kann sein ich werde ja auch alt also vielleicht hat es damit was zu tun aber ich finde es schon nicht gut wir hatten es ja eben schon mal ganz kurz und mir ist es ja im ersten Moment auch gar nicht so aufgefallen und äh du hast ja auch nochmal so nachgefragt und wo ich dann gesehen habe im Endeffekt wie du schon gesagt hast da sind halt bis auf zwei oder drei glaube ich die größten Parteien halt alle drauf und er sagt ja merkt euch wer euch gefickt hat und wählt die halt nicht mehr ja ähm gibt ja sonst nicht mehr viel du musst halt das ist ja immer das Problem in der Politik du musst halt immer einen Kompromiss finden es wird wahrscheinlich für den wenigsten da draußen eine Partei geben die immer genau 100% das macht was äh was man will ja aber dann halt zu sagen jo die wählt halt einfach gar keine davon und das bleibt halt nur noch scheiße übrig ja weiß ich nicht das ist halt auch äh deswegen also an für sich inhaltlich Video und so alles gut aber das ist halt schon ein hartes Statement und auch wenn es vielleicht jetzt am Ende nur so ganz lapidar dahergesagt kommt und dann manche meinen ja das bekommt man nicht so mit also unterschätzt mal nicht was irgendwelche Messages man weiß es ja auch aus der Werbung Werbung zum Beispiel wie solche Sachen hängen bleiben ja und vor allem auch die Zielgruppe von Rezo ich meine man merkt ja an seiner Art wie er mit den Zuschauern redet das ist ja eher auf Jüngere zugeschnitten also ich sag mal so ich bin zwar noch keine 30 aber ich kann mit seinem Videostil jetzt also ich kann dem Kerl nicht lang zuhören das ist anstrengend für mich ist einfach vielleicht keine Ahnung aber es ist für mich echt nicht angenehm und natürlich es gibt auch Leute die können mir nicht zuhören ganz klare Sache ist ja okay das ist ja völlig okay aber es ist halt man merkt halt das ist zugeschnitten für Kinder und sag ich mal Leute unter 20 vielleicht oder bis 25 und die Leute schon so so ja praktisch zu briefen oder so zu beeinflussen nenne ich es mal vorsichtig so Politik hier die ganzen Parteien alles scheiße natürlich da ist viel Müll dabei das weiß ich auch selbst wir kritisieren hier auch regelmäßig Sachen das ist alles kein Geheimnis und ist alles auch legitim nur ich finde es halt schwierig das als einfache Lösung und ich glaube da hat er sich ein bisschen einfach gemacht einfach zu sagen jo dann wählt die halt nicht mehr und er hat ja selbst auch keine Vorschläge gebracht also ich meine der Vorschlag den ich jetzt gebracht habe der ist jetzt auch nicht dass ich da eine Raketenwissenschaft oder meinen grauen neuronalen Prozessor da stundenlang für angeworfen habe um auf diese Lösung zu kommen sondern es war einfach mal ein bisschen überlegt wie könnte man es anders machen mal in die Situation der Lehrer versetzt auch mal in die Situation der Schüler versetzt und dann vielleicht geguckt okay was sagen denn ein paar Virologen die jetzt nicht gerade irgendwie Verschwörungstheoretiker sind oder Xevin Naidu heißen so und dann geguckt okay und das ist mein Vorschlag und das hätte ich in seinem Video eigentlich erwartet und nicht zu sagen hier Politik alles scheiße wählt Grün oder wählt hier wählt die anderen und die anderen bedeutet halt eigentlich im übertragenen Sinne auch wenn er es wahrscheinlich nicht meint weil er ist ja eigentlich auch eher ein Linksgrün würde ich ihn jetzt mal einstufen ohne dass ich es jetzt als Beleidigung meine aber das ist so wie ich ihn halt einstufe und dann dann empfiehlt er indirekt die AfD ist halt auch scheiße ist halt auch blöd also ich glaube er hat sich darüber keine Gedanken gemacht ich am Anfang auch nicht weil es wirkt sehr also am Anfang wirkt es total harmlos aber wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt und vielleicht kommen ja auch auch die Zuschauer auf solche Schlüsse schwierig aus meiner Sicht ganz schwierig ja Georg ich denke dass ich nicht drüber nachdacht habe weil ich meine gehen wir mal damals zurück wie quasi diese das mit den Filter wo wir da auf den Demonstrationen waren Artikel 13 genau das war es mir ist gerade eingefallen ja da hat es ja auch oft heißen ja wählt auf keinen Fall die CDU mehr und so weiter das ist ja eigentlich ja würde ich jetzt auch noch unterschreiben aber ja aber du musst auch sehen die machen ja nicht nur Bullshit also ansonsten würdest du sagen dass alles was wir bisher in der Regierung gemacht haben eigentlich Blödsinn war und da gibt es bestimmt auch positive Dinge wo andere Parteien jetzt nicht so gut gehandelt hätten ja und jetzt wegen einer Sache zu sagen wählt diese ganze Partei nicht ist dann auch ein bisschen die einfache Lösung und die schwache Lösung ja aber ich denke das ist eher so eine Art Protestrhetorik die man da hat ja es bringt vor allem halt auch nichts es bringt jetzt aktuell in der aktuellen Situation null zu sagen hey ich wähle euch dann nicht mehr und das bringt gar nichts ich meine natürlich klar es heißt immer ja Wahl und so ist ja alles richtig nur man muss es jetzt mal pragmatisch sehen weil wenn ich jetzt jemand vorhabe in einem Jahr oder fünf Jahren nicht mehr zu wählen dann bringt das juckt es den jetzt nicht so und das einzige was jetzt was bringen würde und das vermisse ich halt auch so ein bisschen dass man mit den Leuten spricht die Leute wie bei Artikel 13 E-Mail schreibt wie verrückt die ganzen Schüler die Eltern vielleicht noch die Bedenken geäußert und so weiter vielleicht die Omas sogar noch die Omas und Opas denen gesagt hier jetzt schreibt mal unseren Kultusminister Ministerin an und schreibt ihr habt Angst und ihr wollt euren Enkel noch länger erleben so auf die Art und Weise und das würde wahrscheinlich eher noch was bringen und dass die diese Leute in den E-Mails und Briefen und was weiß ich Fax Deutschland ist ja Land des Faxes ohne Scheiß in Deutschland im deutschen Medizin Bereich werden mehr Faxe verschickt als sonst wo auf der Welt das ist wirklich so statistisch kleiner Funfact am Rande und dass sowas dann an die Leute geschickt wird ich glaube das hinterlässt mehr Spuren und das ist wahrscheinlich sogar wahrscheinlicher als bei Artikel 13 weil Artikel 13 wissen wir ja alle dass da der Lobbyismus ziemlich große Rolle gespielt hat beim Kultusministerium kann ich mir Lobbyismus eher weniger vorstellen dass der da eine Rolle spielt bei solchen Geschichten also da ist vielleicht eher noch der gesunde Menschenverstand den man bei den Leuten zurückholt oder die wie soll ich sagen vielleicht die Erinnerung an die eigenen Großeltern oder was weiß ich dass man sowas halt bei den Leuten hervorholt und dann die Leute so irgendwie zur Vernunft bringt aber nicht zu sagen hier ja Politik alles scheiße und gebe ich dir auch recht natürlich mit Sicherheit hat die CDU auch mal irgendwas gemacht wo ich gesagt habe hey da stehe ich voll dahinter mit Sicherheit das wird es mit Sicherheit geben und ich habe auch bevor vielleicht hat das auch beim letzten Podcast der ein oder andere so ein bisschen einen falschen Hals bekommen könnte ich mir gut vorstellen ich habe natürlich habe ich den Söder kritisiert aber ich habe nur die Geschichte kritisiert wie das Ganze mit Unternehmen gehandelt wird mit kleinen Unternehmen das habe ich ja in der letzten Folge mal ein bisschen aufgedröselt und ich habe nicht allgemein seine ganzen Verfahren oder seine ganzen Maßnahmen kritisiert und aber ganz ehrlich das nochmal ganz kurz zum Söder glaubt ihr dass er wirklich nicht auf den Kanzlerposten spekuliert das kann ich nicht glauben also ganz ehrlich also dafür haben Politiker schon viel zu viel gelogen und auch wenn er das sagt er will nicht Kanzler werden doch er will Kanzler werden mit Sicherheit will er Kanzler werden also das ich glaube schon auch ein bisschen was dahinter steckt also das ja natürlich klar also ich könnte mir auch vorstellen vieles wird er auch aus tiefsten Herzen so entscheiden wie es entscheidet und ich glaube auch nicht das soll jetzt keine Wahlwerbung führen sein Gottes Willen aber ich glaube auch nicht dass er dass er dem Land was Böses will aber ich könnte mir schon vorstellen dass er sich innerlich selbstgefällig sagt yo ich habe mir da jetzt den Allerwertesten aufgerissen und dann möchte ich schon ganz gerne so ein bisschen was vom Kuchen danach abhaben und die Angie ist ja nicht mehr lang und der Friedrich Merz den mag sowieso keiner außer die Hardliner dann ja dann mache ich das mal und die Kramp-Karrenbauer die mag sowieso keiner da brauchen wir davon mal absehen aber nee also ich glaube schon dass der da das war glaube ich nicht ganz so eine Eigennutzung also nein ich sage mal was das momentan angeht macht er ja auch echt einen ganz guten Job muss man auch einfach mal sagen es ist halt auch immer jemand der halt irgendwie sich einen Hut aufzieht und auch mal vielleicht nicht alles wie gesagt das ist ja immer die Geschichte hinter den ganzen Sachen stehst du selten all aber sehr überwiegend positiv finde ich schon macht er das aktuell und das ist nun mal einfach so und ich finde unabhängig davon ob er das jetzt vielleicht auch mit Eigennutz macht oder nicht macht das halt mit Sinn und Verstand und ich sage mal so du musst halt manchmal auch richtig unpopuläre Entscheidungen treffen ist halt einfach so und da bist du als Politiker nie vorgefeit vor allem was halt gut ist wenn man diese Entscheidungen irgendwie halt auch wissenschaftlich nachvollziehen kann oder mit gesunden Menschenverstand was ja bei Artikel 13 Schrägstrich 17 nicht der Fall war aber in dem Fall kann man es ja nachvollziehen und so und jetzt kommt noch mal jetzt haue ich noch mal eine liberale Floskel hier raus der Eigennutz oder sage ich mal die Motivation aufzusteigen verleitet ja viele Leute zu Höchstleistungen wo ja auch wieder andere von dieser Leistung profitieren können wenn sie es mit fairen Mitteln machen wenn jetzt jemand in einem Job ist und reißt sich ein Bein raus damit er aufsteigt und macht es mit fairen Mitteln indem er mehr arbeitet mehr leistet dann hat er das auch verdient so das war jetzt der liberale Teil um den Zuhörern die das nicht mögen gleich mal wieder Feuer zu geben naja aber nach der Argumentation was ist wenn du mit etwas unfair mit so leichtem psychologischen Tricks wie zum Beispiel dass du so Bescheidenheit vorgaust dann hat er es natürlich nicht verdient dann hat er es natürlich nicht verdient aber wenn jetzt jemand wirklich mehr leistet dann bin ich der Letzte der sagt hey der hat auch nicht zum Beispiel mehr Geld verdient ne also das ist halt so so mein Mindset wenn jemand viel leistet dann darf er auch ein bisschen mehr haben als derjenige der nicht so viel leistet aber zurück zu Markus Söder also ich ne ne die Sache ist die dass allein schon die Bevölkerung dann eher an der Pro Söder ist weil schau dir die anderen Kandidaten an da ist jetzt keiner da hat jetzt keiner in der Sympathie gebadet von den Ganzen also ganz ehrlich ich will keinen März haben ich will keine Kamkamba Kamkamba Mauer haben also die sind alle so weiß nicht ja ich schade dass ich jetzt das Gespräch mit Felix von vor ein paar Wochen nicht hier reinschneiden kann aber da ging es auch um das Thema mit Söder und man muss ja sagen Söder ist ja noch einer der gemäßigten Politiker bei der CDU CSU und noch einer der Leute wo ich sage der ist nicht komplett völlig weg vom Schuss ne also völlig weg vom Schuss meine ich solche Leute die halt irgendwie total nicht mehr mitkriegen was in der Gesellschaft losgeht die die vielleicht auch ihr eigenes können total überschätzen überbewerten und die menschlich sag ich mal auch total also wie zum Beispiel März ne also der ist auch menschlich sehr schwierig da gab es ja gut das wird ihnen wahrscheinlich jetzt überall nachgesagt es gab ja mal vor einigen Jahrzehnten so eine Abstimmung und im Bundestag wo er dann für die Vergewaltigung in der Ehe gestimmt hat das ist wirklich Fakt könnt ihr nachlesen das ist einfach so schwierig schwierig also so jemanden dann sympathisch zu finden und zu wählen vielleicht denkt er mittlerweile anders drüber völlig legitim kann er ja es machen aber es ist halt trotzdem er hat wahrscheinlich also er wirkt auf mich auch jetzt nicht so als würde ich sagen okay da ist der Söder dann schon ein bisschen anders und ne also ja also man bei dem kann man jetzt nicht so viel kritisieren da finde ich eher aktuell die Rolle aber das ist sowieso schon länger meine Meinung der Kanzlerin schwierig die alles irgendwie so ein bisschen aussitzt oder mit einem Lächeln quittiert und lässt den Söder da schrauben aber vielleicht jetzt Achtung Verschwörungstheorie aber vielleicht ist ja schon klar dass der Kanzler wird vielleicht ist vielleicht ist ja bei der Angie schon klar hey das wird mein Nachfolger und dann lasse ich den im Volk schon mal so ein bisschen gut ankommen und halte mich mal irgendwie im Hintergrund dass die Leute sich schon mal dran gewöhnen dass das später ihr Kanzler wird hm who knows aber naja genau aber das nur mal so noch als als Input Mensch da haben wir heute ein bisschen sehr viel Politik gemacht aber das ist halt sehr politisch das ganze Thema genau deswegen interessiert uns natürlich auch eure Meinung so kommen wir jetzt zum nächsten Thema ähm erstes mal wir haben ja gesagt wir wollen ein bisschen was am Podcast verändern wir wollen mehr Interaktivität mit euch haben oder Kommunikation mit euch deswegen gibt es jetzt in jeder Folge eine Umfrage der Woche die natürlich auch oh Wunder manchmal länger als eine Woche geht ähm und in der Regel ist es so dass die halt immer bis einen Tag vorm Aufnahme beginnen würde ich sagen ist ein Sende Schluss oder ne lasst uns das einfach so machen wir sind ja digital unterwegs wir sind ja keine CDU ähm lasst uns das so machen wir wir lassen die Umfrage immer so lang laufen bis wir aufzeichnen machen wir es uns ganz einfach und da gibt es die Umfrage der Woche und diesmal hauen wir da rein zum Beispiel einmal wie findet ihr das mit der Schule sollen die Schulen wieder aufgemacht werden ja nein findet ihr das sinnvoll und dann hätte ich gesagt auch noch das Thema findet ihr die Maskenpflicht eigentlich sinnvoll weil hat man ja auch gerade diskutiert kann sinnvoll sein muss aber nicht und ja was haltet ihr davon wie funktioniert das jetzt ab wie funktioniert das ihr kriegt einen Link in die Beschreibung in die Shownotes einmal bei YouTube einmal über den Podcast Feed oder im Artikel also auf kursofu.com und da könnt ihr draufklicken und da könnt ihr dann einfach Multiple Choice auswählen und abstimmen so und im nächsten Podcast werden wir dann über das Ergebnis was unsere Zuschauer hier vom Tech Talk abgestimmt haben reden so das ist die Umfrage der Woche gibt es ab jetzt ab Folge 25 bei uns im Podcast so David ich weiß jetzt nicht wie man da hinkommt zu dem Thema aber man muss unter die Erde ja auf jeden Fall und es geht nicht um tote Menschen wie hat der Steffen hier so schön vorhin reingeschrieben Cyberpunker oder Cyberbunker ich habe mir erst dreimal verlesen es geht um den Cyberbanker Banker Banker Cyberbunker oh Gott Cyberbunker und zwar bei in einem in einem Rechenzentrum das wohl in einem Bunker nahe der Mosel also im Rheinland wo ich auch herkomme im Prinzip war da hat die Staatsanwaltschaft mal eine Razzia gemacht und auch nicht aufgeräumt weil die über vier Jahre lang schon in verschiedensten Fällen ermittelt haben die immer wieder wohl auch zu diesem Cyberbunker Bunker das ist echt schlimm zu diesem Cyberbunker sag ich mal geführt haben in Teilen und die wollen oder wir wollen oder werden dem Hoster im Prinzip Beihilfe in verschiedenen Fällen nachweisen die haben mit 700 Einsatzkräften das Gelände von dem kompletten Bunker einmal komplett durch Chemt über 800 Server vom Netz genommen und ich glaube sieben Leute sind es die sie verhaftet haben und unter anderem geht es darum also die haben wohl Daten im 2 Petabyte Bereich beschlagnahmt was natürlich echt heftig ist das Ganze auch zu konsolidieren ich meine 2 Petabyte und einen Großteil davon verschlüsselt und es ist so dass die dieses ganze Rechenzentrum großteils genutzt würde für Botnetze dann unter anderem auch zum Beispiel für den Wall Street Market im Deep Web oder Darknet wie man es halt eben nennen will unter anderem wurden darüber vermuten sie 2,6 Tonnen Marihuana 160 Kilo Kokain 38 68 Kilometer Methamphetamine gehandelt unter anderem ist auch die Vermutung dass auch Kinderpornografie mit im Spiel sein soll und genau da haben sie nach langen Ermittlungen das Problem ist immer sie müssen ja immer erst die Hauptfälle ermitteln um dann eben eine Mittäterschaft beweisen zu können oder auch die quasi verklagen zu können sag ich mal deswegen hat es 4 Jahre lang gedauert und jetzt soll glaube ich dieses Jahr auch der Prozess gemacht werden einer von denen oder zwei sind auch noch wohl relativ jung also die werden wahrscheinlich auch wie ich das gelesen habe dem Jugendgericht vorgeführt und einer von denen soll sogar schon ich sag mal ein bisschen geredet haben soll auch schon mal rausgerückt haben und sich ausführlicher geäußert haben der Rest schweigt wohl aber das wird wahrscheinlich ein sehr sehr großer Prozess und das größte Problem ist eigentlich immer noch dass sie die ganzen Daten einfach wahrscheinlich gar nicht alle so verwerten können weil der Großteil ist verschlüsselt und die ganzen E-Mail-Server Kommunikationsprotokolle ist alles verschlüsselt also es ist sehr sehr schwierig da was dran zu kommen aber auf jeden Fall ein sehr sehr großer und krasser Fall und wenn man sich auch mal die Bilder anschaut von diesem Bunker da hat das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz ja ungefähr alles veröffentlicht ist ein riesiges Gelände mit unterirdischen Bunkeranlagen und ja höchst professionell da unten auf jeden Fall hatten die sich da eingerichtet also es ist schon schon echt heftig das ist heftig ja also ganz ehrlich da habe ich so viele Fragen wenn ich also ich meine ich weiß dass du natürlich da der falsche Ansprechpartner bist aber wie kann sowas passieren wie kann man als was weiß ich jemand der noch nach dem Jugendstrafrecht vielleicht sogar verurteilt wird wie kommt man an so einen Bunker ran und wie zum Teufel kriegt man da so viel Bandbreite in diesen Bunker das Bunker dass man da ein Rechenzentrum betreiben kann also ich weiß es gibt Telekommunikations Bunkeranlagen es gibt auch von Banken zum Beispiel Rechenzentren die unter der Erde sind und auch zum Beispiel vom Knotenpunkt der DZX und so weiter die haben auch Rechenzentren die unter der Erde sind die Bunker ähnlich aufgebaut sind damit unser Internet im Falle einer einer Kriegssituation nicht sofort komplett zum Erliegen kommt aber what the fuck wie kann sowas passieren und mit Sicherheit ich meine diese Petabyte an Daten die müssen da irgendwie reinkommen da müssen irgendwelche Techniker doch mal einen Anschluss installiert haben ans Internet Glasfasern reingelegt haben also es ist ja nicht einfach so wie keine Ahnung es gibt ja diese Lost Place YouTuber die öfters auch mal irgendwelche alten Bunkeranlagen zeigen aber es ist ja nicht so dass du einfach so eine Bunkeranlage besetzt als Lost Place Mensch und sagst so jetzt baue ich da mal ein Rechenzentrum rein also das Zeug braucht ja irrsinnigen Strom du brauchst ja nicht nur Internet du brauchst ja Strom du brauchst Klimatisierung weil da unten ist natürlich du musst die Luft zirkulieren du musst auch Luft entfeuchten nicht nur zirkulieren lassen abkühlen sondern auch entfeuchten Löschanlagen was auch immer das ist ja riesen Aufwand ich habe keine Ahnung wie die an sowas kommen oder wie das überhaupt funktioniert aber anscheinend muss das Ganze ja wohl erst mal unter dem ich sag mal unter dem Vorwand oder halt rein legal wohl angestriebt worden sein also genutzt worden sein vermute ich mal und das war halt so das Nebengeschäft aber ich habe mir gerade mal doch das Gelände angeschaut das ist echt riesengroß also das ist das ist wirklich das sind keine Ahnung ich schätze mal fünf, sechs, sieben Fußballfelder groß also es ist schon monströs so halb in den Berg reingebaut mit etlichen Gebäuden und die müssen das also sieht man auch die ganzen Bilder auch mit 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 aus der Luft überwacht haben und alles also es ist schon echt ein riesen Aufwand und da drin stehen auch hochmoderne Rechnerzellen also da stehen wirklich alles modernste Systeme drin also das ist schon krass ja und und auch den ihr Leitstand also das ist ja äh ist schon schon heftig also das Ding sieht ja wirklich wie ein professioneller Rechenzentrums Leitstand aus also ganz ehrlich abgesehen von der ganzen kriminellen Energie aber diese Leute das sind wirklich Fachleute sowas aufzubauen dass sowas funktioniert ähm was auch witzig ist ich sehe gerade an Brandschutz haben sie sich auch gehalten und an die an die Lampen die Notfallbeleuchtung die sind nicht dumm die haben wirklich scheinbar was drauf äh also also ganz ehrlich wenn ich wenn die wieder rauskommen aus dem Knast und ich hab ein Rechenzentrum dann würde ich die einstellen weil die die wissen wie sowas gebaut wird die wissen wie sowas funktioniert ähm also allen Respekt ne unabhängig jetzt von den ganzen illegalen Aktivitäten aber also das ist schon schon heftig also deswegen hab ich es jetzt auch als Thema mal mit reingenommen weil mich hat das einfach fasziniert äh wo ich gesagt hab sowas musst du erstmal in der Lage sein sowas aufzubauen und zu bewirtschaften und ähm das ist schon ich mein diese die die Racks und so weiter das sieht natürlich schon sehr improvisiert alles erstmal aus ähm aber ganz ehrlich wenn du irgendwelchen äh wenn du irgendwelchen illegalen Kram hostest äh come on ganz ehrlich dann ist den Kunden ist es scheißegal in was für einer ranzigen Büchse die Pornos rauskommen oder so es ist denen völlig egal Hauptsache die kommen raus und schnell raus ähm also da ist auch die Verkabelung ich mein ich hab Kollegen ich glaub die würden da wahrscheinlich in Ohnmacht fallen wenn sie sehen wie die wie Kabel da verlegt sind ähm aber ja es hat funktioniert und es ist schon schon krass also das hätte ich jetzt echt nicht äh erwartet und USV Anlagen haben sie ja auch also das ist ähm aber es geht halt nicht hervor wie zum Teufel sind die an diesen Bunker rangekommen also das ist ja keine Ahnung das schlechte Mysterium gibt's die bei Ebay oder wir hatten doch mal kannst du dich noch erinnern vor etlichen Jahren als wir noch auf FRN unterwegs waren mal auf Ebay äh so ein Angebot von so einem ehemaligen Telekom Bunker gefunden irgendwo stimmt das hat der Kunner mal geschickt ja genau ja genau das war ja nix dagegen das ist ja so groß wie eine Wohnung gewesen das andere ist ja ein paar Fußballfelder groß und unterirdisch ja 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 und das man sieht auch irgendwie dass das ja sicherlich und ich kann mir nicht vorstellen dass da nicht mal jemand mitgekriegt hat was da wirklich abgeastet das kann ich mir nicht vorstellen also da gibt's bestimmt so viele Leute äh ich meine das eine ist halt das Thema sowas aufzubauen das andere ist halt ist schon ein bisschen dumm so einen Bunker zu mieten und da sowas reinzubauen äh ich meine es ist halt trotzdem auffällig ne also ich meine wenn jetzt irgendwo jemand in der Besenkammer oder was weiß ich wenn irgendwo ein Bauernhof ein Rechenzentrum irgendwie in die Scheune baut oder irgendwas verdeckt irgendwie das findet man weniger und äh als wie wenn jetzt jemand so einen Bunker anmietet und jede Firma die da mal tätig sein muss oder die haben alles selbst gemacht im und das ist ja noch viel krasser wenn wenn du so ein so ein RZ dann einfach mal selber ständest also ich kann gleich vorüberleg mal zwei Peter bei wie du schon sagst die müssen ja da rein und raus du musst ja erstmal die ganze Infrastruktur für schaffen zwei Peter bei die musst du ja irgendwo speichern ja redundant das würde ja nicht alles irgendwie einmal auf auf einem Stack Platten laufen also das kann ich mir nicht vorstellen ja was auch ein Highlight ist auf den BKA Bildern oder was das ist hier so so ein Arbeitsplatz erstmal eine ergonomische Maus ne so eine USV unterm Tisch äh ein VoIP Telefon die wussten schon was sie machen ich ich glaube auch also die wussten echt was sie machen äh also das ist schon irgendwie absurd also entweder sind das so ein paar ITler die die irgendwann gesagt haben fucks the system oder irgendwie sowas und wir wir machen jetzt unser eigenes Ding und machen hier einen auf Underground Datacenter und also ist irgendwie also es ist schon krass also ich hab da irgendwie eine Faszination dafür ähm und man sieht ja auch diesen Bunker ähm ich mein ich hab viel äh Lost Place Bunker gesehen bei YouTubern jetzt zum Beispiel oh Gott du erwähnst den gerade das Video vom Solberg mit dem ich gesehen habe in Lost Place deswegen bin ich grad drauf gekommen das war erst vor zwei drei Tagen äh ach so ja ähm klar den ich erinnere mich grad nochmal an It's Marvin ich muss da nochmal drauf zurückkommen dann kurz ähm weil den hab ich nämlich schon mal hier erwähnt und da muss ich ein bisschen was noch dazu erzählen ähm ne aber wie gesagt und da gibt's halt diese Bunkeranlagen und da sieht man halt auch viele Sachen wieder wie diesen Telekommunikationsraum wo diese ganzen LSA Plus Leisten und so weiter sind also schaut euch mal in den Shownotes die Bilder bei Heise an wir haben das natürlich alles verlinkt ist ultra interessant die haben da sogar einen Raum gebaut mit so einer Art Lounge wo wo Couch und was weiß ich drin ist Zuckerecke so ungefähr also so eine Gaming Ecke dieser Leitstand ich meine es ist alles sehr sehr äh rough äh verkabelt aber da siehst du wahrscheinlich ITler wenn sie am Werk sind wenn kein Chef drauf guckt wie sie das Ganze aufbauen weil dann wird das Kabel halt einfach mal quer durch den Raum gespannt ohne da irgendwie es ist schon ist schon irgendwie krass also die ganzen alten Telefone ja es ist halt alles aus so einem Bunker also es ist irgendwie so eine eigene Werkstatt da drin es ist schon schon heftig also boah ja also da hätte ich echt wäre ich gern mal dabei gewesen bei der bei der Razzia eine Werkstatt ich sehe gerade das eine Bild die hat ungefähr alles das ist schon echt also das waren Profis ja ne so eine so eine richtige Serverwerkstatt wie man es aus einem ordentlichen Rechenzentrum also auch unser Rechenzentrum wo wir sind mit Cours of for You oder wenn ihr Kunde bei uns werdet und habt Server bei uns die haben auch eine Werkstatt wo die ganzen Server getestet werden äh repariert werden gesäubert werden und so weiter mit so so Testständen wo du den Server halt anstecken kannst und Festplatten-Tests RAM-Tests und was weiß ich drüber laufen lassen kannst alles da inklusive äh Ersatzteillager im Hintergrund auf irgendwelchen äh Metallregalen also Wahnsinn ja ich bin bin da echt äh gerade geflasht ist schon krass ja gut so so viel zum Thema Cyberpunga Bunga 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 oh Gott heute das ist echt schwierig äh ne ähm mit It's Marvin da wollte ich eigentlich wollte ich in einem anderen Podcast drüber reden ich mach's jetzt weil gerade der Zusammenhang so gut ist ähm interessanter YouTuber hab ich ja schon mal gepickt gehabt für ein Thema äh ich hab nur aktuellen Problem mit dem Kerl ich folg dem auf Instagram und das ist echt ein Fehler weil es ist schwierig ey erstens mal irgendwie fällt da auf jegliche hab ich den Eindruck Verschwörungstheorie und alles mögliche rein labert da teilweise einen Stuss haut da irgendwelche Informationen durcheinander und und äh was ich halt noch viel schlimmer finde wo wir wieder beim Thema Rezo sind wie gilt da die Leute gegen irgendwelche Politiker auf oder gegen irgendwelche Sachen hetzt da also hetzen ist jetzt ein bisschen sehr überspitzt aber er sagt halt hier überlegt mal wie es halt immer so diese ganzen Spezialisten macht und das finde ich halt echt anstrengend und echt nervig wo ich mir denke hey du machst coole Videos äh der macht wirklich coolen Scheiß ich hab auch seine äh seine T5 Reihe ganz gern geguckt wo er den T5 Bus umgebaut hat zu einem Adventure Bus ähm also der hat sich einen ehemaligen T5 Krankenwagen gekauft und hat den dann so umgebaut dass er mit dem Ding auf Lost Place fahren kann mit Kühlschrank äh mit was weiß ich Internet drin neu foliert neue Blinker neues Facelift alles mögliche Dachgepäckträger und alles richtig geiles Ding und dann haut der auf Instagram so ne Scheiße raus und das wollte ich hier nur mal erwähnen also ich stehe hinter dem Inhalt auf dem normalen Kanal das finde ich gut will ich nochmal betonen was er auf Instagram macht und seine Meinung die teile ich zu 99% nicht will ich nur nochmal hier betonen finde ich echt schade und was ich auch blöd finde ähm der Typ hat halt auf Instagram auch deaktiviert dass man ihn schreiben kann ich hätte ihn so gerne mal geschrieben ey Kollege ich YouTube Kollege ich finde es echt gut was du machst aber bitte informier dich doch mal ein bisschen ne auch jetzt diese Geschichte äh mit den Masken wo er dann auch wieder rumhetzt und sagt ja äh überleg doch mal äh beim Sport ne Maske tragen was für ein Blödsinn was die Politik da entscheidet ja das ist gar nicht entschieden worden es hat kein Politiker gesagt dass wenn du allein joggen gehst dass du ne Maske tragen sollst in Läden und ÖPNV und halt Schule ne vielleicht noch so das war die Aussage aber nicht dass du draußen in der freien Wildbahn beim Joggen ne Maske tragen musst so schwierig ne aber ansonsten wirklich cooler YouTuber macht coole Videos der versteht sein Handwerk der war glaube ich mal beim WDR oder so Kameramann also er hat zumindest ne Ausbildung in dem Bereich er kennt sich damit aus ähm aber das absolut hat mich die letzten Tage echt genervt also wo ich dann gedacht hab irgendwie ich glaub ich entfolge den mal auf Instagram weil das ist echt nervig äh fand ich zwar immer interessant manchmal noch so hinter den Kulissen was er so macht aber diese ganze wurde auf jede Verschwörungstheorie und Ding und ganz schwierig ganz nervig und dann halt auch oft so total uninformiert also so er regt sich über Sachen auf die gar nicht beschlossen wurden die aber er irgendwo aufgeschnappt hat und was weiß ich so Stammtischparolen das ist echt schlimm so wollte ich nur mal gesagt haben aber cool dass du das Video geguckt hast auch empfehlenswert wo er beim Solmecke war war sehr interessant ja Solmecke Videos sind immer zu empfehlen immer hoher Lerngehalt und ja Solmecke halt ja kann man immer schauen ja und da kann ich ja und da kann ich auch die Instagram Story von ihm nicht äh da kann ich äh wie soll ich sagen die kann ich auch empfehlen bedingungslos genau das ist vielleicht das richtige Wort den Solmecke kann ich bedingungslos empfehlen äh genau kurzer Schwank noch den kenne ich auch so mal persönlich durch einen äh durch eine Veranstaltung habe ich ihn mal persönlich getroffen und das ist ja auch Facebook verlinkt und so und Ding also ganz netter Kerl also der ist auch ohne Kamera ist er auch sehr sympathisch und nett das nur mal so am Rande ja aber wie gesagt It's Marvin komme ich nicht ran an den Typen ich würde gerne mal die Meinung geigen und würde ihn da gerne mal vielleicht bisschen auffordern dass er sich da manchmal ein bisschen mehr unter Kontrolle hat oder sich informiert bevor er irgendwelchen Scheiß raushaut weil der hat halt auch sehr junge Zuschauer gerade dieses ganze Blaulicht äh Rettungsding was er ja noch macht was er mit mit Blaulicht und so umfolieren von Rettungswägen und so weiter das zieht natürlich auch sehr junge Zuschauer an weil klar rede ich auch für mich wahrscheinlich auch für dich äh in jungen Jahren hat einen das natürlich auch besonders fasziniert und jetzt hast du die Möglichkeit auf YouTube jemanden zu sehen der sowas umbaut der baut gerade ein Löschfahrzeug um saugeil coole Sache aber dann haut er solche Dinge raus und dann werden die Leute auch wieder gleich beeinflusst durch so jemanden schwierig so wie kriege ich da jetzt die Kurve von It's Marvin zu Browsern ganz schwierig äh ja ähm ja bauen wir es einfach raus ähm genau du hast äh Edge Browser du hast deinen Edge Browser ja zwangsweise ne aber die Sache ist die dass er mittlerweile wohl auf Platz 2 der meistgenutzten Internet Browsern ist also er hat jetzt angeblich den äh Mozilla Firefox überholt und die Daten sind aber noch nicht ganz also sind nicht ganz verlässlich das aber sie zeigen auf jeden Fall das ist schon also dass der Edge auf jeden Fall an Beliebtheit zugenommen hat der neue Edge muss man dazu sagen genau der mit der Chromium Engine ja ja finde ich auch erstaunlich habt ihr den installiert schon bei euch oder äh ich habe ihn glaube ich drauf ja aber ich bin nicht groß verwendet okay ich habe einen drauf ei 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 also ich habe ihn drauf weil ich äh ja schon vermutet habe dass das Potenzial hat bei Microsoft also am Anfang war ich sehr skeptisch weil ich äh gesagt habe hey geht wieder eine Browser Engine flöten und die die Vielfalt oder der Wettbewerb ne liberal Wettbewerb zwischen den äh Browser Herstellern ist dann wieder geringer weil dann halt eben die Chromium Engine in so viel Browsern ist dann gibt es halt nur noch den Mozilla Firefox als Konkurrenten ähm aber ich sehe das mittlerweile mit einem lachenden und einem weinenden Auge wie gesagt das weinende ist halt eben diese Konkurrenz Geschichte aber das Ding geht ab wie Sau und dass ich das mal über einen Microsoft Browser sagen werde ist schon ja bemerkenswert ne also falls ihr den euch noch nicht geholt habt holt ihn euch mal also für so als als zweit oder dritt Browser wenn man irgendwas mal noch in einem anderen Browser braucht oder wenn man zum Beispiel Office 365 im Web nutzt ist es halt optimal wenn du im Unternehmensumfeld unterwegs bist dann macht er natürlich auch Single Sign-On über den äh neuen Edge das heißt du bist dann schon eingeloggt äh wenn du in der Active Directory angemeldet bist und die Active Directory auch über das Azure AD natürlich synchronisiert wird ähm also eine ganz feine Sache ist das schon mal und das Ding fühlt sich halt wirklich gut an und optisch äh ist es auch nicht schlecht und ganz ehrlich bevor man sich den Google Chrome reinholt und noch eine Datenkrake mehr dann kann man auch gleich bei Microsoft bleiben und äh hat eben die Datenkrake die man sowieso nutzen muss und auch bemerkenswert den Edge gibt es ja mittlerweile auch für Android oder für iOS oder macOS also man kann sogar auf einem Mac mit einem Microsoft Edge ins Internet gehen äh das geht äh gut jo dann kommen wir zu Dingen die auch nicht gut sind äh ja aber wir bleiben bei Microsoft und und mal wieder ein bisschen Security-Themen heute und das brennt auf jeden Fall unter den Nägeln bei Heise Online ist es auch schon rot mit Feuer und Alerts gekennzeichnet äh liebe Leute schaut mal wenn ihr irgendwie Admins seid und ein Exchange betreut äh ob ihr da die aktuellsten Patches drin habt denn es sind immer noch über 350.000 Exchange Exchange Server immer noch attackierbar da gab es nämlich eine Sicherheitslücke äh CVE 2020 0688 das ist im Februar des Anfang des Jahres also schon im Prinzip aufgeploppt und Microsoft hat da auch schon äh bereits Anfang Februar Patches veröffentlicht aber es gibt immer noch über 350.000 Exchange Exchange Server Entschuldigung ich kann das einfach nicht aussprechen die trotz des verfügbaren Sicherheitsupdates immer noch nicht gepatcht worden sind somit immer noch verwundbar sind und so auch immer noch Schadsoftware eingespielt werden könnte ja somit im Prinzip in dem System Schadcode auch ausgeführt werden kann und Angreifer hätten zum Beispiel Beispiele auf E-Mails oder auf die Active Directory was halt echt gefährlich ist ähm das krasse ist dass ähm die Sicherheitsforscher von Rapid7 äh unter anderem natürlich auch danach effektiv gesucht haben und die sind ja nicht die einzigen die machen sowas ja mit dem Hintergrund dass die Leute davor schützen wollen aber das machen natürlich auch Angreifer denen ist nebenbei auch noch aufgefallen dass ähm auch noch etliche Exchange Server von äh den Versionen Exchange 2010 2012 und 2007 nicht gepatcht worden sind teilweise sogar noch nie gepatcht worden sind also 800 Exchange Server von 2010 wurden noch nie gepatcht ähm ich weiß nicht wer sowas macht das ist wahrscheinlich so ein Set it and forget it äh Admin gewesen oder ja oder Never touch a running system der hat es wirklich wortwörtlich genommen aber solltet ihr dringend mal schauen wenn ihr da irgendwas wisst dass da was läuft guckt dringend mal nach ob die Patches eingespielt sind weil das ist halt wenn da mal Unternehmensdaten oder so frei werden oder freizügig werden oder irgendwer da einen Chartcode initiiert dann ist Polen offen ein Wort Emotet ja freut sich über sowas da schöner Angriffspunkt schöne Schwachstelle oder klar wenn jemand seit 2010 nicht gepatcht wurde äh dann ist das natürlich dann hast du nicht nur eine Schwachstelle die du angreifen kannst dann kannst du das Schweizer Taschenmesser auspacken und kannst dann lustig loslegen dann bist du da relativ gut äh beisammen also das ist schon heftig also achte da mal drauf äh da wird wir dann nach dem Podcast so hundertmal Exchange Server sagen genau ich für's nächste Mal tut mir leid genau äh ja das ist äh schwieriges Wort ähm auch interessant Rapid7 die Firma kennen wir übrigens von der Itza die hat äh letztes Jahr auf der Itza einen recht interessanten ähm Vortrag gehalten der geht sogar noch online ihr wundert euch vielleicht warum sind die Beiträge noch nicht online ist es der gleiche Grund wie äh der Jahresrückblick nein ist es nicht äh das ist taktisch weil ich vermute die Itza wird nicht stattfinden und jetzt werde ich so die ganzen Beiträge von der Itza übers ganze Jahr verteilen dass wir übers ganze Jahr über ein bisschen Itza haben und äh weil ich kann mir vorstellen dass die Messe im November nämlich nicht äh Oktober nicht stattfinden wird äh und aber der Vortrag geht noch online von Rapid7 äh und da ging es eigentlich so grob zusammengefasst äh darum wie funktioniert eigentlich ähm wie funktioniert eigentlich die Tätigkeit eines Penetration Testers äh wie arbeitet denn der und und äh das war eigentlich ganz interessant und mit so ein paar Klischees mal aufgeräumt und das war von Rapid7 deswegen nur mal so als als äh Hinweis auf kommende Videos die dann erscheinen werden gut hammert die Thematik Exchange Server äh durch äh was auch ein guter Austauschpunkt ist das ist die Plattform Zoom und da haben wir schon ein bisschen drüber geredet und äh Zoom hat ja immense Probleme gehabt auch im Hinblick auf Security und die haben sich ein bisschen wie Malware installiert und hatten Probleme die äh Meetingräume in der Zoom Software geheim zu halten ähm jetzt ist was Neues aufgetaucht nämlich gibt es jetzt im Internet oder im Darknet die Möglichkeit ein paar hunderttausend Zugangsdaten von Zoom zu kaufen schön mit Boris Johnson schwierig ja wahrscheinlich den Account von Boris Johnson ähm man könnte jetzt denken naja gut ist ja jetzt nicht so problematisch weil äh im Prinzip das Meeting ist ja passiert oder keine Ahnung dann ändert man halt das Passwort Problem ist allerdings du kannst in Zoom ja auch Meetings aufzeichnen die dann in deinem Account hinterlegt werden und je nachdem was für ein Meeting man halt da abhält äh und welche Daten man da über Zoom überträgt kann man das halt immer noch dann als Angreifer missbrauchen für irgendwas ich meine da kann man kann man sehr kreativ werden weil keine Ahnung es wird ja für tausende Sachen benutzen die Leute Zoom äh und das kann jetzt ganz harmlos einfach irgendwie äh Homeschooling sein wie beim Georg aber ihr nehmt ja glaube ich Microsoft äh aber es es kann auch sein dass da gerade irgendwelche Quartalszahlen oder äh ein IT Security Meeting da stattfindet generell also es gibt ja auch leider richtig ganz kurz ganz kurz wenn ich da reinspringen darf äh auch bei uns passiert dass Leute halt dann meinten wir können ja Zoom nehmen wenn irgendwie ähm wenn 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 irgendwie so Sachen wie äh ja GoToMeeting oder was auch immer Cisco Webex nicht funktioniert dann nehmen wir halt Zoom ja ist das im Unternehmen freigegeben da bin ich vorsichtig also das ist bei vielen Firmen momentan das Problem ja also die Herausforderung die haben wir ja auch ich meine wir bieten zwar unseren Mitarbeitern alles mögliche an äh aber es gibt halt dann auch externe Firmen die dann ankommen hey äh lass mal mit Zoom machen und dann ähm ja dann machen die Mitarbeiter das natürlich ohne das zu hinterfragen klar da sind wir wieder an dem Punkt wir sind in der IT Bubble wir kennen halt die wir wissen welche Pferde kotzen um mal einen IT Security Menschen zu zitieren äh der mir mal über den Weg gelaufen ist äh wir wissen halt welche Pferde kotzen welche nicht und welche funktionieren und was weiß ich das wissen aber die normalen Anwender nicht und denen das dann zu erklären hey weil die Usability ist ja von Zoom wirklich gut ich hab das Ding ja auch mal getestet ähm weil ich halt mal sehen wollte was die Welt jetzt mittlerweile benutzt weil ich kannte das am Anfang nicht weil ich halt die ganzen bekannten wie du schon gesagt hast Cisco WebEx und so weiter kannte aber Zoom eben nicht äh und dann hab ich gemerkt hey es ist halt bedienmäßig Usability mäßig ja top eigentlich weil musst wenig klicken das Ding installiert sich auch ohne Adminrechte es ist es funktioniert alles erstmal ähm ja und dann kommt man halt auf die Idee als als normalsterblicher als normaler äh User hey das ist praktisch das nutze ich ne und das erklärt auch warum wir jetzt ja 300 Millionen Nutzer täglich haben auf Zoom das ist Wahnsinn jetzt hab ich noch gelesen dass mittlerweile Oracle in die Bude einsteigen wird ähm ist interessant weil Oracle hat eigentlich noch nie was verschenkt das könnte sein dass diese ganzen billigen Pläne dann schnell über den Haufen geworfen werden und äh dann werden sich die Leute was Neues suchen ähm ich könnte mir natürlich vorstellen dass es jetzt während Corona nicht passieren wird weil Oracle ist ja nicht völlig dumm ja wobei aber es könnte passieren dass Oracle dann halt sagt so jetzt tun wir das Ganze mal ein bisschen aktuell beruht sich ja die Partnerschaft eher auf das Management von den vielen oder auf das Handling von den vielen Zugriffen und wie gehen wir damit um ähm aber da hätten sie sich auch Partner wie wie Akamai oder äh Cloudflare oder oder die Telekom hätten sie sich da ja auch ins Boot holen können oder es gibt sicherlich noch andere aber äh ausgerechnet Oracle also interessant aber vielleicht haben die sich auch angebiedert und haben gesagt hey nimmt uns wir äh verschenken hier irgendwas ähm vielleicht stinkt's auch äh Oracle dass äh Zoom ja auf Amazon AWS gehostet ist und nicht auf den ihrer wie heißt diese Cloud-Plattform von Oracle David du hast die doch schon mal genutzt ähm diese meinst du das allkohalent zu Docker Swarm ja genau ja mir liegt auf der Zunge ja äh genau genau auf jeden Fall Open Shift äh das das genau äh dass eben Zoom eben bei AWS ist und nicht bei bei Open Shift bei Oracle könnte ich mir jetzt vorstellen ist einfach nur so eine Mutmaßung äh und das da irgendwie das da herrührt aber interessant wir werden's beobachten aber das mit den Accounts im Darknet ist schon ist schon krass also die haben sich jetzt auch den Security-Chef den ehemaligen von Facebook dazu geholt ähm das sind alles so Sachen wo ich sag okay verstehe ich finde ich auch gut also ich möchte es gar nicht kritisieren weil die sehen ja scheinbar dass Bedarf da ist und wenn Unternehmen sag ich mal Einsicht ist der beste Weg zur Besserung ne also wenn man da was dagegen macht ist ja super Microsoft musste sich auch erst jahrelang eine blutige Nase holen bis dann mal die Security-Features hochgefahren wurden und dann hatten die irgendwann mal einen Stand wo man gesagt hat also rein äh von der Masse an Security-Features und wenn man das alles richtig einsetzt ist man sogar sicherer als auf einem Mac äh auf dem Stand sind wir mittlerweile fast so und äh deswegen finde ich es halt äh schon wichtig dass man was macht äh aber es es bleibt auf jeden Fall spannend spannend ist auch so im im Blick auf die Finanzen weil die Börse spielt ja auch aktuell verrückt und Zoom ist ja auch an der Börse und da das erste Witzige ist ähm es gibt eine Aktie die heißt Zoom.us da haben jetzt Leute haufenweise Geld reingeballert bis sich dann rausgestellt hat die Aktie ist gar nicht mehr im Handel das ist scheinbar ein Fehler gewesen und Zoom.us gehört nicht dem äh dieser Konferenzsoftware sondern ist ein Unternehmen was schon mittlerweile nicht mehr existent ist war aber noch irgendwie an der Börse zu kaufen haben die ganzen Leute dann da äh Aktien gekauft äh und ich glaube Zoom heißt da irgendwie Zoom Konferenz irgendwas oder Zoom Media oder wie auch immer heißen die an der Börse aber auf jeden Fall nicht Zoom.us und äh ja das war damals eben so äh das Problem kleiner Schwank noch am Rande aber die Leute die jetzt gut investiert haben in was weiß ich Teamviewer in Microsoft auch mit Teams Plattform in Slack gibt es Slack Aktien keine Ahnung was da für ein Unternehmen dahinter steht bestimmt äh die werden sich jetzt freuen weil da geht es jetzt ordentlich ab oder auch bei bei ähm na wie heißen die äh die auch so Remote äh Zeugs ne ähm ach Gott ja sag halt ja das ist es geht mir wie mit OpenShift gerade ähm ne nicht Cisco sondern Citrix genau Citrix genau da ist genau das gleiche also da wird jetzt auch wahrscheinlich richtig Geld verdient weil die ganzen Unternehmen die Homeoffice Lösungen hatten und jetzt Lizenzen nachkaufen müssen äh weil der Homeoffice Zugang jetzt mehr genutzt wird als vorher über Citrix ja da wird was gehen könnte ich mir vorstellen gut von unserem Zoom und da kann man ja auch Videos zusammen gucken machen ja auch viele zu einer Plattform wo man bald keine Videos mehr gucken kann weil die nämlich dicht macht aus Deutschland genau die Rede ist von Max Dome ähm das wird jetzt Ende Sommer eingestampft ähm krass genau und da ist eigentlich so eigentlich sollte schon seit Ende März äh eingestampft werden aber es läuft noch bis Sommer weiter aber jetzt sind keine Neuanmeldungen mehr äh möglich habt ihr schon mal einen Max Dome Account äh Account gehabt tatsächlich nein aber ich glaube ich kann mich noch erinnern dass ihr damals in den äh ICEs der Deutschen Bahn damals so ein Streaming Angebot anbieten wollten zusammen mit Max Dome powered by Max Dome das waren dann diese kleine Streaming Boxen die dann im ICE selber äh verbaut sind die halt dann quasi wenn du äh streamen wolltest dann quasi über diesen Server im ICE machen ähnlich wie Netflix äh in den deutschen oder in den Carrier Netzwerken funktioniert ähm das sind ja auch Caching Boxen da haben wir ja in der letzten Folge drüber geredet wo es darum ging wird das Netz zusammenbrechen da ist der lebende Beweis sowas kann man machen sogar im ICE bei 200 kmh kann man on board sowas cachen bei 300 ja die die OGs werden sich erinnern ähm ja finde ich auch krass also Max Dome war ja so Versuch äh in Deutschland irgendwie so eine Streaming Plattform zu etablieren die auch aus Deutschland kommt äh letztendlich ja ist das also die machen doch die ganze Zeit auch Werbung für dieses Join äh ist das jetzt nicht Max Dome weil ich habe jetzt ein paar Kommentaren gelesen die auch meinten dass äh die Abbuchungen jetzt von der Join GmbH kommt also vielleicht ist es ja auch nur weiß ich nicht neuer Name im alten Blechkleid das kann echt sein weil es haben jetzt ein oder zwei drunter kommentiert auch bei anderen Posts deswegen ja äh Join ist ja ist ja auch so ein Ding da wird ja hauptsächlich oder sehr viel äh von den äh von der Pro 7 Sat.1 Gruppe ausgespielt also auch Serien und äh das meinte ich Sendungen äh und das war ja auch bei Max Dome davor der Fall also das war ja auch so dass da äh sehr viel solches Zeug rausgespielt wurde ich find's halt ich find's halt auch krass äh die Pro 7 Sat.1 Gruppe war ja eigentlich die einzige Gruppe die in meinen Augen sehr sehr viel experimentiert hat wenn man mal zum Beispiel an äh myVideo denkt das gab's ja auch mal äh da haben die ja auch äh versucht Webvideo irgendwie zu machen dann haben sie versucht mit Studio 71 mit einem YouTube Netzwerk irgendwas zu machen was ja auch jetzt nicht unerfolgreich war äh was auch die wenigsten wissen äh Pro 7 Sat.1 hat auch äh sehr viele Rechte gehabt an ähm Gronk.de die mittlerweile Gronk.de ist mittlerweile wieder zurückgeholt weil es da irgendwie intern Probleme Unstimmigkeiten gab aber Pro 7 Sat.1 hat eine Zeit lang Gronk.de betrieben ähm das sind alle so Geschichten äh wo man sieht okay die sind trotzdem sehr webaffin ähm das denkt man am Anfang eigentlich gar nicht ne also so da funktioniert schon einiges und ähm ich bin gerade mal auf Join.de was sehe ich das erste was ich sehe es gibt scheinbar hier auch Original Content äh ja mit mit YouTubern äh der der YouTuber Revinside vielleicht kennt ihr den ein oder der ein oder andere den Sebastian wie er mit bürgerlichen Namen heißt der hat da eine Show wo er irgendwie irgendwelche Prominenten mit den also die nennt sich äh so Entertainers und da trifft er halt irgendwie Hugo Egon Balder oder äh der trifft dann den den Jürgen von der Lippe oder Heino also so alte Originals so so alte Entertainer äh und und macht da eine Sendung also man merkt irgendwie die sind schon am Puls der Zeit irgendwie keine Ahnung aber das denkt man halt nicht so und ich muss auch ehrlich sagen ich hatte kein Max Dome ich hab zwar Netflix und so aber ein Max Dome hat mich irgendwie nie bekommen weil warum auch also halt der Shit der halt bei ProSieben läuft oder so aber naja gut wir werden sehen würde ich sagen wie es dann weitergeht mit der Plattform bin mal gespannt ja gut dann kommen wir zu einer Plattform die auch nicht so beliebt ist zumindest in Deutschland nämlich der Sophos XG Firewall das war jetzt echt eine steile Kurve aber ne es ist in der Tat so also wenn man sich so ein bisschen umhört dass die XG Firewall in Deutschland nicht so beliebt ist weil die UTM die ist halt sehr beliebt bei den Admins ähm macht halt das was es soll zumindest meistens äh wenn nicht gerade Sophos irgendein Patch verkackt ähm und jetzt gibt es eine Lücke die ist nicht gerade unkritisch auf der XG Firewall ähm und die wird auch leider schon aktiv missbraucht und zwar gibt es die Möglichkeit eine SQL Injection ähm auf die ähm Credentials von der Firewall von dem Admin Interface zu machen ähm ja das Thema hatten wir schon ein paar Mal auch ich meine sogar schon mal mit der UTM von Sophos ähm warum um alles in der Welt das verstehe ich nicht warum legen Administratoren eine Admin Web Oberfläche von der Firewall ins Internet dass sie von außen erreichbar ist deswegen Leute wenn ihr so ein Ding betreibt und ihr äh habt die direkt am Internet hängen was ja Sinn macht bei einer Firewall unter Umständen dann richtet es so ein das ist sehr einfach dass das Management Interface nur aus dem LAN erreichbar ist oder über VPN von mir aus noch so aber nicht direkt so und oder vielleicht auch nur das geht auch zum Beispiel wenn ihr einen anderen Standort habt äh der eine feste öffentliche IP hat dann kann man auch diese feste öffentliche IP festklopfen aber lasst dieses Interface nicht offen es wird immer mal egal bei welchen Hersteller Möglichkeiten geben da was anzugreifen weil Software ist halt nicht fehlerfrei auch bei Sophos nicht gerade bei Sophos nicht und deswegen schaltet das Ding einfach ab und sperrt es ab Punkt 1 das ist jetzt hier wäre das hilfreich Problem ist allerdings äh bei Sophos gibt es ja auch zum Beispiel das Benutzerportal äh wo man so eine Art Self-Service für seine Anwender schalten kann für Mail-Quarantäne oder VPN äh und solche Geschichten Problem ist allerdings wenn dieser Fehler halt sich auch auf dieses Portal niederschlägt weil das muss ich natürlich von außen erreichbar machen damit meine Anwender da drauf kommen blöd blöde Situation das kann man nicht vermeiden aber wenn ihr dieses Portal nicht benutzt deaktiviert es äh und wie gesagt schränkt halt den Zugriff ein bei dem Portal kann man auch den Zugriff einschränken aber es macht halt relativ wenig Sinn wie gesagt Self-Service für Anwender gerade wenn die draußen sind oder auch im Homeoffice äh da weißt du ja nicht die äh öffentliche IP-Adresse deiner Anwender das hast du ja nicht im im Regelfall und äh ja da muss man halt dann das Ding offen lassen aber das wäre eine Möglichkeit gewesen es gibt mittlerweile übrigens auch ein Patch und was auch sehr interessant ist dass der Hotfix und da muss man wirklich sagen coole Sache von Sophos der Hotfix zeigt sogar an ob das System komprimiert wurde und dann kann man eben da äh entweder die Installation neu machen oder das Gerät neu reparieren lassen und äh das ist schon echt eine gute Geschichte gewesen dass Sophos sowas mit eingebaut hat genau das nun mal so als Hinweis ihr merkt schon heute wieder sehr Security affin die Folge ähm auch ein weiteres Thema zum Thema Security auch zum Thema Homeoffice passt super rein ist mal wieder Microsoft Teams wird ja momentan auch sehr stark Werbung betrieben sogar im Fernsehen auch zum Teil wo dann internationale äh ja Nutzer schildern wie toll Teams ist unabhängig davon dass Teams ein cooles Tool ist ähm haben es aber Sicherheitsforscher geschafft im Prinzip ähm Microsoft Teams Session Tokens abzuluchsen indem sie ähm GIFs in einen Chatverlauf oder in Teams eben eingeschleust haben und damit was ihm möglich diese Session Tokens äh rauszubekommen oder im Prinzip mitzuschneiden und somit sich dann im Endeffekt als derjenige Nutzer auszugeben ausgeben zu können somit ist es natürlich möglich sämtliche Inhalte die in den Chats äh gepostet werden aber auch teilweise Passwörter rauszubekommen ähm die Lücke ist wieder geschlossen worden laut Microsoft und es konnte auch in der Praxis kein solcher Angriff festgestellt werden da es ganz ohnehin relativ komplex ist denn zuerst muss im Prinzip einen Angreifer schaffen den GIF oder wie manche sagen würden GIF ähm ja ganz schlimm das ist ja auch so eine Diskussion ähm ne im Prinzip das GIF in den Teams Chat einzuschleusen also entweder weil er halt schon Zugang zu einem Teams Konto hat oder man kann ja in Teams auch so lustige Bilder und auch GIFs posten ähm da kann man ja auch nach GIFs suchen und da muss man vielleicht auch erst jemanden dazu bringen dass er das GIF halt besonders lustig findet weiß ich nicht Katzen GIF oder so das muss er dann drin posten geht immer und äh dann braucht außerdem der Angreifer noch auch Kontrolle über die Subdomain also zum Beispiel Teams von Microsoft.com ähm die sind wohl auch angreifbar aber das ist wohl relativ schwierig aber nicht ungewöhnlich genau aber im Endeffekt wohl äh also laut Microsoft schon gefixt und auch relativ unwahrscheinlich aber es ist auch cool zu sehen dass auch da immer wieder äh Lücken gefunden werden die natürlich auch schnell gefixt werden also die sind da schon echt äh echt hinten dran ja gerade guckt ja die ganze Welt genau diese ganzen Kollaborationsplattformen äh und wenn da irgendwas hakt oder irgendwas ja ich sag's mal direkt scheiße ist dann wird das die Nutzer abstrecken oder die Leute werden sich dann überlegen jo nach der Krise gucken wir uns mal nach einer ordentlichen Lösung um so nach dem Motto und ich glaube auch dass Teams jetzt diese ganzen das hat ja trotzdem noch ich mag Teams wirklich aber es hat manchmal noch so komische Anwandlungen ähm gerade dass es sich manchmal schließt und solche Geschichten das haben wir glaube ich hier auch schon mal diskutiert ähm und dass da Microsoft wahrscheinlich jetzt gerade ein bisschen verstärkt dran arbeitet dass das Ding einfach runder wird und ähm das ist glaube ich ganz wichtig und zumindest hoffe ich das aber ich glaube schon dass das passieren wird bei Microsoft peitscht ja Teams gerade auch voran und das mit der Fernsehwerbung das hast du ja richtig gesagt ich meine ja richtig Werbung also das immer wieder bekomme ich die zu sehen ja genau da ist Teams dabei sogar Slack macht Fernsehwerbung ein Unternehmen was ich vorher nie auf dem Schirm hatte dass die mal irgendwie ins Fernsehen kommen oder sag ich mal Leute erreichen die jetzt außerhalb der IT-Bubble unterwegs sind weil Slack ist ja sag ich mal schon beliebt aber eher so bei Entwicklern oder IT-Lern und keine Ahnung aber dass die die Slack Technologies mal im im Fernsehen ganz normale Fernsehwerbung schaltet überrascht mich schon so ein bisschen muss ich ganz ehrlich sagen sogar im deutschen Fernsehen jetzt nicht irgendwie US-amerikanischen da ist sowas schon wahrscheinlich eher wahrscheinlicher aber im deutschen Fernsehen für so ein Tool Werbung machen ist schon krass das muss sich lohnen also scheinbar verdienen die ganz gut Geld damit ich meine Microsoft unbestritten die Office Plattform die neue das ist eine richtige Goldgrube das ist ja auch der Punkt dass Microsoft sagt Mensch mit Windows 10 eigentlich das könnte man auch verschenken im Gegenteil das bringt uns sogar mehr wenn wir es verschenken weil dann nutzen die Leute dann nutzen die Leute wenigstens unsere Plattform und ja wir verdienen dann richtig richtig Geld damit und das funktioniert auch alles weil es ist ja ein Ökosystem also ein bisschen vielleicht der der Apple-Ansatz bei Microsoft zu sehen könnte ich mir ganz gut vorstellen naja so von Videokonferenzen und Kollaborationen über Microsoft Teams zu Facebook und WhatsApp genau da ist es nämlich jetzt möglich anstatt nur vier Leute im Gruppenchat auf acht Leute aufzustocken da ist die Frage für mich erstmal wer nutzt WhatsApp als Videochat das frage ich mich auch aber ich meine in Zeiten von Corona-Zeiten werden das schon ein paar mehr sein ja ja das das kann ich mir gut vorstellen da geht ordentlich was durch ja ich meine man merkt ja ab einer gewissen Anzahl von Videochat-Teilnehmern wird es schwierig also ich bin jetzt mal gespannt ich habe nächste Woche jetzt die ersten größeren Meetings wo mal so zehn zwanzig Leute in der Videokonferenz sind ich bin gespannt weil davor war das nie ein Thema und ich meine so drei vier Leute kann manchmal schon anstrengend werden aber dann so ja so zwanzig Leute wird schwierig kann ich dir jetzt schon sagen also mein Tipp da ist dass man am Anfang sagt okay wer jetzt nicht unbedingt reden will und zu Wort kommen will der schalte doch bitte sein Mikrofon aus weil ansonsten hat man da sehr viel geklackert im Hintergrund ja selbst bei Teams weil Teams ja auch einige oder auch Skype for Business früher oder Skype allgemein schaltet ja die Leute erstmal stumm wenn sie nicht reden versucht zu erkennen wann Leute reden aber das ist halt trotzdem also ich hatte heute zum Beispiel eine ja eine Telco eine Konferenz über Teams ja da war halt jemand dabei der hat nicht gemerkt dass er ins Mikrofon schnaubt das war halt dann schon extrem und das ich meine mir geht es auch manchmal so ich merke das halt gerade bei wenn man jetzt Headset trägt dann merkt man das halt weniger ich meine auf Arbeit oder ich sage mal im Büro hast du ja nicht immer so ein Setup wie wir jetzt für einen Podcast wo du dann eben ein rode Mikrofon mit einem Popschutz davor oder so und einen sehr variablen Abstand sondern dann hast du halt dann röchelst du halt da mal rein ins Mikrofon und merkst es am Anfang nicht ja da muss man halt dann einfach trotzdem nett den Kollegen darauf hinweisen Mensch man man hört jetzt gerade man hört gerade deine Atemaktivitäten und als Nichtarzt ist es jetzt nicht so relevant für einen ja gut oh Gott wie komme ich jetzt zu dem nächsten Thema schwierig Dinge die auch nicht relevant sind nein Dinge die Dinge die vielleicht auch den Arzt nee die man besser nicht dem Arzt sagen soll genau so kommen wir dahin zu dem Thema nein wir haben uns was witziges überlegt für und erstmal wir sind jetzt bei der 25. Folge und wir wollen ein bisschen das Ganze ein bisschen auflockern wir wollen ein paar neue Impulse auch in den Podcast reinbringen und wir haben uns jetzt überlegt zum 25. Jubiläum lasst uns doch mal irgendwelche außergewöhnlichen Sachen testen so und der Anfang macht jetzt erstmal damit mal sehen ob das was ist ob es funktioniert und wie auch immer mach jetzt erstmal so Süßkram und Süßigkeiten Snacks oder so wo man sagt hey die gibt es zwar aber so wirklich probiert hat man sie noch nicht und wir wollen es mit euch zusammen machen das heißt also ihr könnt uns vorschlagen was wir mal essen sollen an Snacks das kann süß sein das kann sauer sein das kann irgendwas herzhaftes sein sollte natürlich einigermaßen haltbar sein weil und jetzt kommt noch der Clou dazu wir werden solche Pakete verlosen ich weiß noch nicht wie viel aber 5 auf jeden Fall das heißt es wird dann so ablaufen wir erstellen eine Liste und zwar mit 25 verschiedenen sag ich mal Snacks ich nenne es jetzt mal Snacks weil es kann ja alles sein und 25 Snacks die wir testen werden und dann kriegt jeder vom Podcast hier kriegt so ein Fresspaket nenne ich es mal zugeschickt weil ich bestelle den Kram und verschicke den dann an David an Georg an Tobi vielleicht auch an Felix mal gucken und dann werden wir hier in der Folge immer mal so 3-4 Sachen pro Folge testen und bewerten so und ihr als Zuschauer habt die Möglichkeit dann eben eines dieser Pakete zu gewinnen wo von allem etwas drin ist also praktisch das Paket was einer von uns bekommt zugeschickt bekommt von den Podcast Leuten hier bekommt ihr dann auch nach Hause und habt dann auch Spaß damit oder auch nicht je nachdem was wir da probieren ich weiß es ja noch nicht das ist ja das Witzige ihr könnt dann schreiben schickt uns Links und ihr habt ja jetzt unsere E-Mail Adresse oder schreibt es in die Kommentare was sollen wir probieren es gibt mit Sicherheit ich bin davon überzeugt die Industrie in Deutschland die ist da sehr kreativ es gibt bestimmt sehr viele Süßigkeiten und Kram knabber Kram die man so jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm hat von irgendwelchen Herstellern aber es kann auch irgendwas Ausländisches sein irgendwas was man halt über das Internet bestellen kann und was eben halt auch haltbar ist weil wir es halt eben verschicken wollen also und kommt jetzt bitte nicht mit Surström oder so kennt ihr diese Nisch der in dieser Dose da ist nein danke bitte nicht mit sowas das ist kein Snack das ist eine Körperverletzung das können wir im Podcast nicht machen also wirklich ernsthaft wo wir sagen hey das würden wir mal ausprobieren irgendwelche verschiedene keine Ahnung irgendwelche abstrusen Milka-Sorten oder irgendwelche Knabbereien die halt sehr speziell sind und schickt es einfach ein wir werden jetzt sammeln bis zum nächsten Podcast und dann werde ich den Kram beschaffen und dann wird es auch irgendwann das Gewinnspiel geben und dann können mindestens sag ich mal fünf Leute je nachdem wie viel wir da zusammenbekommen aber mindestens fünf Leute von euch von euch Zuhörern könnt auch so ein Paket gewinnen und wir werden das dann testen und ihr könnt dann auch als Add-on zu dieser Umfrage pro Woche auch abstimmen was euer Rating dazu ist und das werden wir dann am Ende gibt es dann den Cools of You Crew Snack den wir am meisten feiern wo wir alle sagen hey das hat uns am besten gefallen und der wird dann auch gekürt das nur mal so als Idee jetzt auch gerade jetzt mit Corona ihr habt viel Zeit ihr könnt viel Podcast hören ihr könnt viel Videos gucken also denke ich zumindest also ich muss sagen ich habe relativ wenig Zeit während Corona aber es geht sicherlich auch anderen Leuten so dass sie eben sehr viel Zeit haben und wir haben gedacht hey lass mal was Neues ausprobieren und auch so ein bisschen als Dankeschön für 25 Folgen hey wir machen das jetzt schon über zwei Jahre das ist echt krass wir haben ich meine im März 2018 angefangen damit und ja und sind immer noch da und das macht irgendwie immer noch Bock aber man muss halt ab und zu mal was Neues reinbringen und das war jetzt einfach so die Idee lass uns doch mal sowas testen und ich will auch ganz ehrlich sein die Idee oder die Inspiration habe ich natürlich woanders bekommen und da will ich auch so transparent sein ich habe jetzt für mich so auch Thema Corona Time aktuell wird ja relativ wenig neuer guter Content hochgeladen weil auch die Drehmöglichkeiten für YouTuber und Co. sind halt ein bisschen eingeschränkt ähm und da bin ich jetzt so auf die alten Harald Schmidt Show Geschichten gekommen und ich muss sagen meine Güte war das damals ne geile Geschichte also ich äh bin ganz ehrlich ich meine damals habe ich das hat mich das halt nicht interessiert hallo wie alt war ich da da war ich vielleicht dritte vierte Klasse 90% der Witze hätte ich sowieso nicht verstanden aber irgendwie schon geil vor allem man sieht was Fernsehen damals auch konnte äh was so eine richtige Late Night Show im deutschen Fernsehen die auch relevant war da sind Stars gekommen und da gab es eben halt auch das Bier der Woche und ich habe gesagt okay ich trinke ja kein Alkohol mehr ähm aus ernährungstechnischen Gründen äh und da habe ich gesagt okay lasst uns das mal mit sowas machen und äh ja und das sind wir jetzt und probieren es aus und die Jungs hier die haben auch nicht gesagt hey der hat voll einer in der Waffel gut vielleicht denken sie sich das aber das denken sie sowieso unabhängig von dem Taste Test ähm und dann habe ich gesagt komm lass uns das mal ausprobieren gut kommen wir zu einer Geschichte die man boah ja die einen auch den Tag versauen kann zerstören kann keine Ahnung nein wir kommen jetzt zur Antiviren Software mal wieder wir haben heute sehr viel Security Themen ihr wünscht euch das ja oder es gibt einige Leute auch ich habe auf iTunes einen Kommentar gelesen äh dass jemand äh Jan hieße glaube ich bin mir nicht mehr sicher äh sorry äh falls der Name nicht passt dass die IT-Sec Themen interessieren deswegen haben wir heute mal wieder ein bisschen mehr reingepackt und das finde ich auch wirklich brisant die Lücke ähm nämlich 28 Antiviren Programme äh fallen auf so eine Simlink äh Lücke rein also man kann praktisch durch Simlinks um es mal kurz zusammenzufassen ähm so umschalten und mit einem IK Test File zum Beispiel dass ich ein äh ja in dem Proof of Concept war es McAfee die Endpoint Security oder bei Norden Internet Security dass die sich halt äh selbst zerstört indem du halt äh zuerst sagst okay ähm hier liegt ein IK Test File und dann legst du einen Simlink auf wichtige Dateien von der Software und dann sagst du okay im richtigen Moment also musst du natürlich erst erkennen lassen das IK Test File und dann sagst du so jetzt baue ich diesen Simlink ein und dann sage ich so und jetzt ein Simlink ist ja wie ein Verweis auf eine andere Datei oder auf einen anderen Pfad und dann sagst du so und jetzt lösch mir das bitte und der AV der hat ja immer Vollzugriff der hat ja immer die maximalen Berechtigungen im Betriebssystem klar muss er ja haben weil er soll ja die Dateien scannen überall und der muss ja auch überall reinkommen theoretisch so und diese Geschichte nutzt man halt jetzt aus und sagt okay und jetzt lösch mir bitte die Datei und dann ist es natürlich nicht mehr der IK Test Virus den es gibt sondern dann ist es halt zum Beispiel eine Systemdatei oder auch der Virenschutz selbst unter Umständen und das macht die Lücke halt so brisant viele AV Hersteller haben das schon gefixt ist natürlich brisant eben deswegen haben sie so schnell reagiert aber da sind noch viel mehr betroffen also das ist nicht nur McAfee und sein Mantek zum Beispiel ist auch F-Secure betroffen es ist Bitdefender betroffen also es geht eigentlich reihum also es gibt kaum einen AV der da nicht betroffen ist und irgendwie höre ich gerade schon wieder so in den Kommentaren ja dann besser gar keinen AV installieren ähm ja da bringe ich vielleicht nochmal die Analogie zu äh zu einem Airbag ich meine ihr würdet ja auch nicht sagen Airbag im Auto kaufe ich nicht weil es mal in irgendeiner Produktionsstraße mal einen Fehler gab oder in irgendeiner Serie mal einen Fehler gab und ein Austauschprogramm würdet ihr ja nie auf die Idee kommen joa jetzt baue ich den Airbag aus ne es ist halt äh es ist genau das gleiche und die Hersteller also zumindest die seriösen Hersteller die haben ja super schnell reagiert und ich habe jetzt auch die Liste vor mir also Avast ist betroffen Avira Bitdefender EZF Secure FireEye Kaspersky Malwarebytes McAfee und Sophos also eigentlich alles was irgendwie Rang und Namen hat ähm was halt auffällig ist äh zum Beispiel Bitdefender ist ja ein Hersteller der sehr viel Technologien äh an andere AV-Hersteller äh weiterverkauft ähm zum Beispiel Gidata hat ja auch ähm Technologie von Bitdefender unter der Haube und die sind ja auch betroffen davon also die muss man da auch mit einrechnen oder es gibt dann so ich nenne es mal Franchise äh HVs wie zum Beispiel von Ashampoo den äh Antivirus die haben da auch Bitdefender Technologie unten drunter also das darf man da auch nicht vergessen da gibt es einige äh Unternehmen die da äh die Technologie von diesen Herstellern einsetzen und die natürlich dann da auch unter Umständen betroffen sind davon gut das war das ähm wie gesagt das kann mal passieren ist zwar blöd aber wenn man als Hersteller schnell drauf reagiert äh dann ist es meistens halb so wild und schnelle Reaktionen erhofft man auch bei den KFZ Kennzeichenscannern in England das passt zu den Dingen die nicht passieren sollten äh genau im ähm in Sheffield im britischen England wollte ich gerade sagen ja genau auf jeden Fall in der englischen Stadt Sheffield haben äh Verkehrsüberwachungskameras über etliche Jahre hinweg äh jeden Tag es gibt über 100 Kameras live den Straßenverkehr in verschiedenen Orten erfasst automatisch KFZ Kennzeichen herausgefiltert und das Ganze in einer Datenbank äh abgelegt die frei zugänglich ohne jegliche Authentifizierung war also einmal schön grand to public äh und bitte und äh das war sogar möglich ähm theoretisch die Daten zu manipulieren also die IP-Adresse war frei verfügbar da konnte jeder darauf zugreifen Daten abgreifen Fahrzeuge im Prinzip genauestens verfolgen wie sie sich die Stadt bewegen weil die wurden ja hinter Kennzeichen erfasst ähm meinetwegen Daten manipulieren oder rauskopieren und ähm das Ganze soll wohl mehr als 10.000 KFZ Kennzeichen pro Tag gesammelt haben und es gab ein völlig ungesichertes Dashboard mit einer Karte wo man auch die Standorte der gescannten Fahrzeuge in Echtzeit nachverfolgen konnte und äh das Ganze reicht wohl zurück bis zum 20. November 2018 und über 8,6 Millionen Einträge die da drin zu finden waren das Ganze ist natürlich schon offline genommen zum Glück und ähm ist natürlich jetzt auch von den Datenschützern dort zu lande die natürlich auch dann gesagt haben hey Leute das ist so oder so schon scheiße aber wenn ihr halt auch noch ne so eine Datenlück ist geht halt einfach gar nicht und das Ganze dann noch in eine Datenbank zu stellen wo ihr darauf zugreifen kann ist halt schon ne heiße Nummer also ist absolut inakzeptabel sowas auf jeden Fall ja das hat einen schon ein bisschen überrascht dass sowas möglich ist vor allem das ist ja solle man meinen auch keine Bananenrepublik aber naja gut wer weiß wie viel IoT Systeme oder irgendwelche Steuerungstechnik bei uns einfach über öffentliche IPs im Netz rum hängt das wird sicherlich auch nicht gerade wenig sein ja das so viel dazu und apropos abhängen oder rumhängt viele hängen ja jetzt zu Hause rum und das fällt ja alles unter dem Begriff Homeoffice Homeschooling doch das ist ja alles noch nicht so ganz fest das heißt also man man gurkt da noch so ein bisschen rum viele Unternehmen tun sich ja da sehr schwer damit dem Arbeitnehmer sowas einzugestehen so eine Art Homeoffice wie auch immer das dann auszusehen hat ich habe schon mittlerweile gelernt dass bei den Juristen Homeoffice nicht gleich mobile Arbeit ist und dass es wichtig ist da zu unterscheiden weil Homeoffice ist krasser als von den Vorauflagen die da gestellt werden als mobile Arbeit und jetzt und jetzt gibt es da ja sagt jemand der Betriebsrat ist genau Betriebsrat ist da auch das muss ja theoretisch je nachdem wie du es dann benennst auch für jeden Arbeitsplatz machen deswegen das sind ganz ganz schwierige Sachen in Deutschland ja eigentlich klar ich meine ich bin da viel zu pragmatisch ich gehe da technisch ran und sage jo das ist ja sehr easy aber es ist halt technisch vielleicht einfach realisierbar wobei da muss man auch bei manchen Unternehmen vielleicht Abstriche machen aber rechtlich schwierig und jetzt gibt es da unseren Arbeitsminister den Herrn Heil und der hat da Ideen ja ja der will nämlich jetzt das Recht auf Homeoffice einführen den Gesetzesentwurf will er dazu im Herbst 2020 einreichen was natürlich den Arbeitgeberverbänden nicht ganz so gut gefällt ja ich sage mal so das wäre eigentlich auch was für die Frage der Woche aber ich will es jetzt nicht überstrapazieren ganz ehrlich sonst habt ihr irgendwann so einen langen Fragenkatalog vielleicht machen wir das oder wer möchte wer möchte machen wir so wer möchte der kann es in die Kommentare schreiben findet ihr das gut oder seht ihr da Vor- und Nachteile wir haben jetzt schon so viel über Homeoffice ich will das jetzt nicht lang nochmal breit treten aber ich habe am Anfang habe ich gedacht okay geil und das auch noch von der SPD das ist ja glaube ich ein SPD-Mann der Herr Heil aber dann bin ich mal so in mich gegangen und habe dann mal meine Rolle ja auch als Geschäftsführer von QSO4U so ein bisschen ausgelebt in Gedanken und habe dann gedacht okay du hast ja dann doch sehr sehr viel Pflichten als Arbeitgeber und musst dann wieder sehr viel Sachen erfüllen das heißt wahrscheinlich musst du auch wieder sehr viel Investitionen tätigen die du vielleicht erstmal nicht machen wolltest aus Gründen kann ja durchaus manchmal sinnvoll sein also finde ich das bei kleinen Unternehmen vielleicht jetzt nicht so geil also ich bin für so Recht auf Homeoffice in Leid ehrlich gesagt als Arbeitnehmer würde ich sagen jo das sofort gerade in der IT-Branche sollte es schon eigentlich normal sein aber jetzt so im Bereich allgemein jetzt als Arbeitgeber vielleicht sogar mal würde ich eher sagen oh mit Vorsicht zu genießen hat einige Nachteile finanzieller Natur rechtlicher Natur die vielleicht nicht jeder bedenkt und das könnte und als IT-Security-Mensch sage ich das könnte auch zu sehr seltsamen Konstellationen führen wobei die Corona-Krise wahrscheinlich auch schon sehr seltsame Konstrukte jetzt mittlerweile ins Internet veröffentlicht hat dadurch dass Leute jetzt ad hoc mal eben schnell Homeoffice realisiert haben und das sind einige Admins wahrscheinlich auf der Welt unterwegs die nicht wissen was sie tun und dann landet halt mal so ein Windows-Terminal-Server über Nothing einfach im Internet oder einfach ein PC oder irgendwas weil VPN zu kompliziert oder irgendwas ist und dann hat man sehr viel Spaß vielleicht in Zukunft ja sehe ich so ein bisschen kritisch ich weiß nicht wie siehst du das David als unmittelbar Betroffener mittlerweile von mehreren Wochen Homeoffice ja bei uns ist also wir sind ja einer der wenigen sag ich mal wo das Ganze sowieso tarifvertraglich inzwischen auch ein Anspruch ist von daher haben wir das Problem sag ich mal gar nicht aber ihr seid ja auch keine Butze mit zehn Leuten ja klar wir sind eigentlich glaube ich also wie man in unserer Forschung glaube ich wir sind eine der wenigen Arbeitgeber sind glaube ich unter zehn Prozent die sowas in einem Tarifvertrag fest geregelt haben von daher bin ich da ganz froh drum ja es ist halt es ist halt schwierig jetzt pauschal mal zu sagen ja jeder hier Homeoffice wie gesagt dann muss ja die Infrastruktur muss passen du musst ja eher zu dir die die ganzen die ganzen Sachen anschauen wenn du es natürlich dann auch falsch benennst oder wie auch immer die Leute keine Ahnung haben du kannst auch schnell in die Hose gehen weil genau genommen wie ich hier gesagt habe musst du ja theoretisch jeden Arbeitsplatz eine Gefährdungsbeurteilung machen und alles mögliche deswegen ist es ja dann eher auch ein Daheim-Arbeitsplatz und kein Homeoffice wie man oder in Bayern der Hoham-Arbeitsplatz ja weiß ich nicht muss man muss man im Detail schauen ich glaube das ist halt keine Lösung die ich jetzt einfach mal nehme und über Deutschland deckele und das funktioniert dann ja na gut ich sag mal so die SPD hat es halt aktuell nötig ähnlich wie die FDP und da wird halt öfters mal was rausgekippt und gehofft dass es auf fruchtbaren Boden fällt wie gesagt grundsätzlich hätte ich also wahrscheinlich hätte ich sogar ehrlich gesagt dass er von der FDP erwartet dass sowas kommt ich glaube aber dass die auch schon so mit sowas liebäugeln Homeoffice für alle passt ja auch gut in die Partei aber wie gesagt das Problem ich sehe es halt es ist nicht so einfach man kann das jetzt nicht pauschalisieren und ich bin halt dafür dass man das so ein bisschen eingrenzt vielleicht auch Größe des Unternehmens da bedenkt und auch bedenkt dass es vielleicht trotzdem noch die ein oder andere Voraussetzung geben muss damit sowas durchgesetzt werden kann und was auch ein Thema ist das höre ich ja auch immer wieder ich meine da bin ich vielleicht wirklich in einer guten Situation das soll einfach die Situation zu Hause bin ich jetzt in einem großen Haus wo ich vielleicht sogar ein Arbeitszimmer habe eine ruhige Umgebung habe einen ordentlichen Schreibtisch einen ordentlichen Schreibtischstuhl oder sitze ich da jetzt am Küchentisch oder am Couchtisch und versuche da meine Arbeit zu machen ist halt auch schwierig also ja aber ich finde halt schon dass bei einer modernen Firma heutzutage das Homeoffice dazugehört ganz ehrlich gut Georg na gut ich meine bei dir du bist ja aktuell im Homeschooling zum Homeoffice glaube ich da bist du noch ein bisschen weg aber würdest du vielleicht andere Frage wenn du dann mal wieder auf Arbeitgeberjagd gehst irgendwann würdest du dein Arbeitsplatz dein zukünftigen schon danach auswählen dass du die Möglichkeit hast Homeoffice zu machen oder sagst du ist mir eigentlich völlig egal die ist mir das relativ egal weil ich bevorzuge sogar eher da auf die Arbeit zu gehen weil die Sache ist halt auch ein bisschen mit dem sozialen Kontakt weil ich merke das selber wenn ich damals auf Arbeit war das hat einen schon gut getan immer wenn man dann mit den Kollegen redet und so weiter und meine Befürchtung ist halt dass wenn man dann das Homeoffice das natürlich sehr verlockend ist zu nutzen und das wäre echt praktisch aber dass man dadurch den Kontakt mit den Kollegen verliert ja das ist echt ein Punkt aber ja stimme ich zu aber da kann man ja auch wieder sagen man geht halt nur zwei Tage die Woche ins Homeoffice das wäre natürlich eine Option und dann finde ich es ja wieder legitim ja genau weil ich meine wenn man jetzt die ganze Zeit im Homeoffice ist okay das ist schwierig aber gut und da muss man halt dann gucken es gibt ja Unternehmen kenne ich zufälligerweise halt auch das eine oder andere wo das halt einfach mit einkalkuliert wurde wo man sagt okay bei uns gibt es Homeoffice only das liegt aber daran wir haben halt keine kein Firmengebäude die Kosten sparen wir uns oder unsere Hauptzentrale ist in den USA und wir wollen jetzt nicht für die paar Deutschland Mitarbeiter unbedingt dann extra Office anmieten wo die sowieso nur an zwei Tagen die Woche dann da sind aber das sind halt sehr spezielle Fälle und die triffst du halt hauptsächlich in der IT-Branche die triffst du aber weniger in den anderen Branchen an das ist eher so eine IT-Eigenheit sag ich mal aber gut wie gesagt das wäre wahrscheinlich meine Taktik dass ich sage okay es wäre schon cool wenn mein zukünftiger Arbeitgeber so mir ein bisschen Freiraum einräumt dass ich sage okay ich kann dann mir die Arbeit so einteilen dass ich an den und den Tagen mal im Homeoffice arbeiten kann und selbst Microsoft um das Thema mal noch abzuschließen selbst Microsoft hat ja die Möglichkeit eingeräumt dass alle Mitarbeiter mobil arbeiten können also nicht Homeoffice mobil aber bei denen ist es ja so selbst Microsoft schafft zum Beispiel in deren Headquarter aktuell in München eine richtige Wohlfühlatmosphäre für die Mitarbeiter dass die trotzdem noch Bock darauf haben ins Büro zu kommen eben für diese ganzen sozialen Aktivitäten oder da finden dann halt auch mal irgendwelche jetzt ja nicht aber vor ein paar Monaten noch irgendwelche Freizeitaktivitäten dann am Abend statt wo man sich mit den Kollegen dann so in der Firma mal trifft und so und da ist es ja auch so dass man sagt okay diese diese soziale Komponente die darf natürlich nicht komplett verschwinden ja finde ich ist ein valider Punkt gut dann kommen wir zu was was nicht so ganz valide ist was nicht so ganz gut gelaufen ist ich habe es mal mit reingenommen weil es indirekt auch mich betroffen hat weil ich Nutzer von einem Dienst bin der nennt sich SafeTV da kann man Fernsehsachen aufzeichnen runterladen und so weiter habe ich vor einigen Jahren mal so für mich entdeckt für das wenige was ich noch fern gucke das schneide ich mir da mit und kann ich dann da bequem runterladen und das teile ich mir eben mit ein paar Leuten denen dieses ist ja eigentlich so ein Mietmodell dass man da im Monat ein bisschen was bezahlt und dafür hat man halt gewisse Sender und kann dann da was über einen Scheduler aufnehmen oder es gibt auch die Möglichkeit so Serienfunktionen wenn irgendwann mal die Serie kommt dann nehmen wir das alles mal auf was da kommt ist eigentlich ganz nett für Leute die halt überhaupt kein normales Fernsehen mehr an sich gucken sondern alles irgendwie so auf Abruf jo und die hatten aktuell ein bisschen Sicherheitsprobleme also es ist natürlich wieder mal wie es immer ist so hundertprozentig ja weiß man nicht was jetzt da das Problem war angeblich von einem externen Dienstleister sind da irgendwie ja Daten abhandengekommen es können sogar auch Kreditkartendaten oder IBAN und Kontonummer und so weiter verloren gegangen sein wie auch immer also das ist schon schon eine harte Nummer und da kommt halt auch wieder die DSGVO ins Spiel also die müssen natürlich drüber informieren die haben auch ihre die haben auch ihre Kunden informiert und es ist auch zum Beispiel der Anbieter Usenext den kenne ich noch aus meiner dunklen Jugend David vielleicht auch noch der ist auch betroffen und die Vermutung liegt nahe dass die zwei Firmen auch irgendwie zusammenhängen und wie gesagt Details wenn wenn da was bekannt ist oder wenn da noch mehr rauskommt dann können wir gerne nochmal es sind jetzt so viele Spekulationen und so weiter aber wenn da noch mehr bekannt wird dann können wir gerne nochmal im Tech Talk drüber reden ich habe jetzt auch mal so ein bisschen DSGVO mäßig versucht da ein paar mehr Sachen raus zu quetschen bei Safe TV aber die sind natürlich wahrscheinlich gerade können die sich vor Anfragen kaum retten aber es bleibt interessant und ich werde euch da mal auf dem Laufenden halten die Infos dazu gibt es natürlich wieder in den Shownotes finde ich auch irgendwie seltsam dass Heise darüber noch nicht berichtet hat zumindest bis heute nicht habe ich nichts gesehen ja aber ist eben auch ein Thema was Security relevant ist Dinge die auch am Laufen am Laufen halten sage ich jetzt mal habe ich doch jetzt gleich mal das Wort weggenommen Steffen ganz frech hier und zwar gibt es jetzt einen neuen Ethernet Standard der nach der IEEE 802.3 Charlie Kilo also CK benannt ist und der ermöglicht Verbindungen mit bis zu 800 Gigabit pro Sekunde ja der bisherige Standard hat ja nur bis zu 400 Gigabit pro Sekunde und im Prinzip ist es so dass einfach zwei Verbindungen nach den alten Spezifikationen auf die gleiche MAC Adresse geleitet werden so dass du im Prinzip eine Art Kanalbündelung mit doppelter Geschwindigkeit hast also so mal ganz banal erklärt im Endeffekt werden eigentlich bei dem neuen Verbindungstyp 8 physische Lanes mit 106 Gigabit im Vollduplex zusammengefasst und das Ganze soll wohl auch relativ einfach zu implementieren sein da sich eben Unterbau relativ wenig ändert und dementsprechend bin ich mal gespannt wann da dann auch die ersten Geräte und Gerätschaften damit ausgestattet werden können und sollen nebenbei soll auch oder hat sich auch der Name des 25 Gigabit Ethernet Consortiums geändert das war noch so ein Überbleibsel aus der Entwicklung von dem alten 25 Gigabit Standard das ist ja inzwischen schon ein bisschen überholt und das Ganze nennt sich jetzt wohl nur noch Ethernet Technology Consortium und die beraten jetzt unter anderem Namen darüber genau bin ich mal gespannt weil es ist natürlich schon eine coole Sache 800 Gigabit mal eine Verdoppelung das ist ein Wort und wenn das wirklich so einfach zu implementieren sein sollte dann muss ja nur noch die Glasfaser bis in jeder Bude hier liegen dann geht es los hier dann kannst du USenax wieder richtig richtig leersaufen eine Geschichte noch kurzes Update ich habe gerade gesehen Heise hat drüber berichtet mittlerweile und ich zitiere mal kurz Heise eine kurze Überprüfung durch Heise Security zeigte dass sowohl SafeTV als auch Usenax im Portfolio eines Unternehmens namens Omniga als Kunde geführt werden Omniga übernimmt nach eigenen Angaben die Konzeption und Umsetzung von online basierten Geschäftsmodellen sowie deren komplette Vermarktung Weiterentwicklung und Kundenservice angesichts des zeitlichen Zusammentreffens der Datenlecks und sehr ähnlich lautenden Stellungnahmen auf der Website des Unternehmens schien ein Zusammenhang denkbar Heise Security und der Autor des Artikels baten Omniga daher um eine diesbezügliche Stellungnahme und tatsächlich bestätigt eine Sprecherin des Unternehmens am frühen Dienstagabend telefonisch dass es einen Hackerangriff auf die IT-Infrastruktur von Omniga gegeben habe so jetzt wisst ihr auch mehr was da wirklich dahinter steht also ein IT-Dienstleister scheinbar von SafeTV der da mit verantwortlich war und hier wird auch geäußert dass eine VPN-Schnittstelle Schwachstelle vermutlich auch eine Rolle bei der ganzen Geschichte gespielt hat gut ich würde sagen von richtig Druck auf der Leitung geht es gleich weiter zur smarten Toilette mit Anuserkennung und Fäkalienanalyse ja ihr habt richtig gehört das war mal die Überleitung des Todes ja das hat richtig gebritelt schön gesagt Gesundheitschecking mit Smartwatch ist sowas von 2019 denn US-Forscher haben jetzt eine smarte Toilette entwickelt die Gesundheitsdaten ermittelt und sogar den Hintern erkennt ja ganz coole Sache ich wusste gar nicht dass man das wäre doch mal eine Wetten-Das-Wette gewesen ich erkenne was weiß ich die und die Person am Hintern ich wusste gar nicht dass das überhaupt so möglich ist dass dann da eine Art Anusprinting stattfindet ja Standfingerprint musst du halt jetzt da was anderes einscannen ja genau ja ja aber dass man das wirklich wiedererkennen so kann man jetzt die Scanner auch benutzen auf der Arbeit da kommt da kommt da kommt da schneidet keiner mehr den Finger ab wenn du gekennibst wirst ja auf jeden Fall haben Forscher der US-Universität Stanford eine smarte Toilette entwickelt die Code und Urin medizinisch analysieren soll und den Nutzer biometrisch identifizieren können soll sie haben im Prinzip eine normale Toilette vernetzt mit allerhand Analysetechnik ausgestattet also Kamera Druck- und Bewegungssensoren haha Druck- und Bewegungssensoren ähm ja Analysetechnik genau und sie sollen im Prinzip Erkrankungen wie Prostata, Krebs oder Nierenprobleme so schneller diagnostizieren können das wäre halt jetzt meine erste Frage gewesen äh was bringt es aber klar anhand der Ausscheidung das wissen schon die alten Römer der Menschen oder der der Lebewesen erkennst du halt ob die krank sind ne das macht schon irgendwie Sinn ja die Toilette ist halt im Prinzip erfasst die halt beim erledigen Geschäfte die sogenannte Urodynamik was unter anderem Durchflussrate und Druck des Urinstreifes beinhaltet sowie die Konsistenz des Stuhls gibt es dann den Highscore wer den meisten Druck auf den Kessel hat jedenfalls kommen auch Teststreifen zum Einsatz die im Prinzip halt wahrscheinlich so PH-Wert Lackmusstreifen weiß ich nicht wer das noch kennt ja genau und das Ganze dieses Experimental-Klo wurde in einer Studie mit 21 Personen getestet und ja die Daten sollen dann automatisiert in einem sicheren Cloud-System abgelegt werden können damit sie halt für Ärzte und Gesundheitsanrichtungen bereitstehen hoffentlich nicht in der elektronischen Gesundheitsakte in Deutschland genau und die nee das hast du dann und die Toilettensysteme sollen auch autonom funktionieren ja wäre schlimm wenn da jemand immer daneben sitzt und sagt was passiert nein Toilette mach das Toilette spülen und sie sollen sogar von mehreren Personen benutzt werden können und deswegen auch die Identifikation der Nutzer damit die Daten richtig zugeordnet werden und deshalb und das ist das Witz Wichtige die Identifikation entsteht wohl nicht über die Rosette sondern es ist in der Spültaste ein Fingerabdruck Laser integriert also vielleicht doch gar nicht so fancy und ja revolutionär wie man es vielleicht am Anfang angenommen hat was noch nützliches dabei steht doch was ist wenn jemand anderes als die just defaziert habende Person die Spülung drückt in diesem Fall haben die Forscher vorbildlich antizipiert und deshalb ein Kamerasystem für die Anuserkennung eingebaut damit Nutzer anhand von Aufnahmen ihre Analregionen identifiziert werden können das mag seltsam klingen aber es zeigte sich dass auch einen einzigartigen Anusabdruck gibt es entsprechend ja eben das finde ich ja auch so bemerkenswert ich meine wir haben ja vorhin schon uns sehr lustig über die Meldung gemacht aber das sind ja trotzdem Erkenntnisse die ich jetzt so nicht gehabt hätte wenn wir das jetzt nicht reingenommen hätten in den Tech Talk haben viele von euch sicherlich immer noch den Eindruck dass das einfach dass jedes Arschloch gleich ist oder so zu sagen also von daher das hat trotzdem einen Mehrwert dass wir solche Themen mal mit reinnehmen was ich auch ganz cool fände wenn du dann zum Beispiel bei deinem Fitness Tracker ob das jetzt eine Fitbit ist oder irgendwas dann hast du da so ein Toilettensympro und dann geht dann erstmal der Chemiebaukasten auf und sagt dir hey der pH-Wert bei deiner letzten Toilettenprobe war so und so und das war so und so das ist schon interessant und was auch noch wo ich mich schon richtig drauf freue wenn da die ersten Tech-YouTuber auf YouTube die smarte Toilette vorstellen das erste Refin ja dann irgendwie Toilettenreview ich meine es gibt ja schon Leute die machen Videos ich meine ich sag nur Horst Lüning mit seiner Toilette der hat ja so eine smart also so eine semi-smarte Toilette die halt die in China schon in vielen Hotels und so verbaut ist die dann halt mit Spülung und Pipapo weil hat er ja ein Video gemacht also über die den Klopapiermangel kann er nur lachen weil er kriegt den Arsch gespült durch die Toilette und aber wie gesagt die Masse der Tech-YouTuber die wird noch kommen und da freue ich mich irgendwie schon drauf weil das könnte sehr amüsant werden ich weiß das ist ein bisschen plumper Humor aber manchmal macht das einfach Spaß gerade im Moment in der ernsten Zeit da finde ich das ganz amüsant aber das wird sich doch keiner leisten können ich bin kein normaler Mensch ja am Anfang nicht also auch diese die gibt es ja in einem eigenen Boss Alter ich sehe es jetzt schon im Make-Magazin ja genau ja ich sage mal so ganz am Anfang mit Sicherheit sehr teuer aber so eine hol dir mal von von Willeroy und wie heißen die Willeroy Boch Boch war übrigens auch bei der Harald-Schmidt-Show Thema da haben sie den Pressesprecher von Willeroy und Boch angerufen und haben ihn gefragt wie man den Firmennamen ausspricht weil das ist eigentlich Französisch und oh Wunder aber die man kann ihn auch Willeroy und Boch aussprechen und nicht Französisch das nur mal am Rande so eine Kloschüssel ist jetzt nicht gerade billig also ich meine da wird die smarte ich meine Elektronik wird immer billiger also ich glaube jetzt nicht dass ich das irgendwann dann so abhebe ich könnte mir höchstens vorstellen so Verbrauchsmaterial für Tests und so weiter dass da irgendwie eine Kassette oder irgendwas drin sein muss dass diese Teststäbchen oder irgendwas da keine Ahnung aber da ist mit Sicherheit irgendwas verbaut was Verbrauchsmaterial angeht aber diese smarten Toiletten die gibt es ja schon länger also diese aus China die dann auch nass und Föhn und Brille anheizen und Klodeckel hoch runter fahren und solche Geschichten das gibt es ja schon schon länger eigentlich ja also ich schreibe mich nur gerade wo du darüber gesprochen hast was machen eigentlich dann so Leute die so Probleme haben mit dicken Haufen ich erinnere dann nur an den alten Haustechnik Dialog und den Mann der sich Sorgen machte dass seine Haufen so groß sind dass sie nicht durch das 3 Zoll Rohr der Toiletten Anlage passen das können wir mal unten verlinken das ist der legendärste Dialog auf der Welt den Link musst du mal schicken ja genau da gibt es Leute die haben Bedenken also Leute wenn ihr das Problem haben solltet dann würde ich mal zum Arzt gehen und würde mir das würde mal gucken lassen warum denn der Kollege meinte dass er so 2 bis 3 Kilo und einen Durchgang in die Schüssel sitzt der hat das nachgewogen oder was ja nein aber es ist Dialog ich muss mal reinposten könnt ihr jetzt auch mal das ist in dem Forum das ist 15 Jahre alt aber das ist so legendär also das ist schon ich weiß nicht so ein ausgewachsener Elefant der wird sicherlich auch 2 Kilo raussetzen also es ist schwierig also allen Respekt naja gut aber jeder wir kann oder ich wir muss nachdem ja wir verlinken das mal in Shownotes der David sucht es raus und wenn der Link nicht drin ist dann schreibt David an oder schreibt uns eine Mail dann haben wir es vergessen ihr habt ja jetzt genau großer Haufen dann wissen wir wahrscheinlich an techtalk at kurs u4u.com genau Dinge die auch nicht mehr jeder kann heutzutage Stichwort zum nächsten Thema und zwar COBOL ja ich habe COBOL ich habe damit noch zu tun in der Arbeit ich bin selber kein COBOL Programmierer aber auch viel Software auch in der Banken IT Sektor oder auch generell alles was am Mainframe passiert passiert halt größtenteils noch in COBOL und nachdem die meisten älteren Leute jetzt durch Corona alle wegsterben nein nachdem die meisten älteren sag doch gleich wie Boris Palmer die sterben werden eh in einem halben Jahr eh alle gestorben habt ihr es mitbekommen wahrscheinlich schon Boris Palmer Fakt ist halt dass nun mal viele ältere Leute die halt COBOL programmieren konnten inzwischen in Rente sind oder halt verstorben sind haben wir selber in der Firma das Problem und ja nachdem der Mainframe ja auch schon seit 20 Jahren totgesagt ist aber bis heute immer noch weltweit sehr verbreitet ist und da die COBOL Programmierer langsam ausgehen hat IBM mit der Linux Foundation kostenlose COBOL Programmierkurse gestartet in den USA hauptsächlich und das Ganze ist halt ein Projekt mit der Open Mainframe mit dem Open Mainframe Project der Linux Foundation im Prinzip sind es kostenlose COBOL Kurse auf Open Source Basis für Anfänger und Fortgeschrittene dafür nutzen IBM und Linux momentan GitHub und Microsoft Visual Studio Code und im Mai sollen dann eben dazu noch Videoschulungen folgen im Prinzip auch mit IBM und dazu gibt es dann auch eben Foren wo man mit Rat und Tat sich unterstützen kann ja Standard halt wie Stack Overflow halt nur für COBOL und halt von IBM ja genau ja interessant ich meine da gibt es da scheinbar einen riesen Bedarf und auch Versicherungen habe ich gehört die haben verstärkt noch neben der Finanzwirtschaft da sehr viel COBOL im Einsatz und ja aber es ist halt man muss sagen es ist jetzt nicht eine sehr reizvolle Programmiersprache also wenn ich jetzt eine Programmiersprache lerne dann sehe ich ja meistens irgendwie auch einen tieferen Sinn oder sage okay da kann ich vielleicht auch mal privat irgendwas was willst du mit COBOL irgendwie privat und das andere Ding ist die soll wohl auch ziemlich ja ziemlich zickig sein also ziemlich syntax orientiert und es ist ich meine es ist halt uralt schon mal von wann COBOL ist es halt eine uralte Programmiersprache die ist halt für diese ganzen mathematischen Sachen und was in Banken und Versicherungswesen passiert und so für solche Sachen ist sie halt gut aber ja es ist halt schwierig aber wie gesagt das ist genau rund 60 Jahre alt ist die Programmiersprache noch und ja im Finanzwesen kommt sie groß im Einsatz also ich glaube die 50 größten Fluggesellschaften der Welt und auch Versicherungs- und Bankenunternehmen der Welt setzen alle noch eben auf Mainframes somit auch größtenteils auf COBOL du kannst natürlich auch Java und alle anderen Sachen darauf laufen lassen aber es ist halt einfach nicht so effektiv leider und es ist halt auch sehr schwierig so ein riesen Paradigma da einfach mal abzulösen das macht man halt nicht von heute auf morgen das haben schon viele probiert und es hat nicht geklappt und schätzungsweise laufen halt noch so 90-95% der kompletten Diskriminierten Finanzwesens der ganzen Welt im Prinzip über Mainframes und im Hintergrund halt mit COBOL Joa interessant also kommt man normalerweise in der normalen also in so der sag ich mal Brot- und Butter-Geschäft von IT kommt man eigentlich wenig zu COBOL aber es kommt doch mal vor und deswegen finde ich das immer ganz interessant ich habe auch noch Kollegen die sagen ja sie können COBOL noch programmieren sind halt mittlerweile raus aus dem Geschäft die müsste man wahrscheinlich auch erstmal wieder abholen und die Sachen die sie früher mit COBOL programmiert haben die sind wahrscheinlich lächerlich gegenüber dem was jetzt in der Finanzbranche da abgeht das ist sicherlich nicht gerade wenig oder sehr einfach aufgebaut sag ich mal naja ja von COBOL zu wesentlich wahrscheinlich in anderen Programmiersprachen programmierten spielen und da gibt es ja auch Messen dafür und da gibt es zum Beispiel in Deutschland eine Messe nämlich die Gamescom und die hat ja jetzt auch Probleme in Sachen Corona oh Wunder es gibt ja ein Veranstaltungsverbot ich meine bis 31. August in Deutschland und auch die Gamescom ist betroffen und wir ja eigentlich auch mit QSO4U weil wir ja jedes Jahr eigentlich mindestens eine Person von unserem Team auf der Gamescom unterwegs war und wir wären eigentlich auch gern dieses Jahr drauf unterwegs gewesen aber Georg wie sieht es denn jetzt eigentlich aus genau die sagt nämlich sie wird digital wie das genau ablaufen wird weiß man noch nicht dazu wird sie sich noch genauer äußern aber es wird auf jeden Fall diese Opening Night wie letztes Jahr wird es auch dieses Jahr wieder geben mit dem ich muss den Namen kurz nachschauen Geoff Caisley ich hoffe ich habe den jetzt richtig ausgesprochen man kennt ihn bestimmt also es gibt sicherlich Leute die kennen ihn angeblich ein sehr bekanter Spielejournalist aber okay ja und es soll wie gesagt wie so ein Livestream werden halt bloß dieses Jahr ohne Zuschauer halt also ohne Livezuschauer ja ja also ich hoffe das wird noch mehr als so ein blöder Livestream ganz ehrlich also ich habe schon wir haben ja schon den Traum geäußert irgendwelche virtuellen Möglichkeiten da Spiele zu testen oder irgendwas aber ich fände es schon ein bisschen mager wenn jetzt einfach nur ja wenn da nur dieser Livestream stattfindet weil dann hat man sich wirklich sehr einfach gemacht ganz ehrlich aber wir werden es sehen vielleicht über Google Stadia das wäre schon ganz geil ja man könnte das war ja im letzten Tech Talk haben wir ja drüber philosophiert man könnte so was machen könnte sagen okay es gibt jetzt die Spiele zum Anspielen man kann sich ein Ticket ziehen und sagt okay man ist man hat einen Slot von da bis da und dann kann man das Spiel anzocken hat praktisch so virtuelle Lanes wo man sich anstellen kann nur dass man halt auch gleich weiß wann man dran ist hat halt auch gewisse Vorteile dann die digitale Gamescom die ist wahrscheinlich was das angeht sogar noch besser als die analoge und da ist auch wahrscheinlich die Gefahr dass sie dann zu gut wird und dann sagt jeder ja wo brauchen wir überhaupt noch die Gamescom ja oder ich gehe oder Hybrid dass in Zukunft die Gamescom so stattfindet für dieses Community Erlebnis und das Außenrum und so weiter und es gibt dann halt auch die Möglichkeit digital an der Gamescom teilzunehmen oder irgendwie so oder man macht zuerst die analoge und dann ein bisschen später damit die Leute die es digital machen einen Nachteil haben äh gibt es dann noch mal und natürlich den Vorteil für jeden der auf der Gamescom selber ist und nicht dazu kommt irgendein Spiel anzuspielen ja genau also ich fände es geil also ich also Leute Gamescom Leute überlegt euch das gut ich glaube das könnte echt interessant werden und ich meine ganz ehrlich dieses ganze Pressegeblengel das könnte man alles live streamen dieses Jahr wäre auch kein Problem sollten da wirklich irgendwelche guten Pressekonferenzen die von Jahr zu Jahr irgendwie immer weniger geworden sind äh stattfinden dann könnte man die ja auch live streamen wäre alles kein Problem also ja ich bin ich bin sehr gespannt gut wir halten euch auf dem Laufenden ähm falls wir auch wissen in welcher Form wir darüber berichten werden dann kann man das ja hier auch mal erzählen das ist ja kein Geheimnis und dann wisst ihr schon wie ihr dran seid ähm ja Spoiler schon mal klar wir werden nicht vor Ort sein das wird natürlich nicht gehen ähm ja aber irgendwie werden wir darüber schon berichten gut ähm worüber wir auch berichten müssen unbedingt ist eine Zero-Day-Lücke in der Apple-Mail-App auf iOS oder unter iOS ähm und das ist halt äh sozusagen mehr oder weniger eine direkte Eintrittskarte ins iOS also von wegen Apple ist komplett sicher und ähm ja wenn man iPhone hat dann braucht man sich keine Gedanken mehr über IT-Security zu machen äh schön wär's ähm wir haben hier wirklich einen Zero-Day-Exploit der es erlaubt Chartcode ins System einzuschleusen äh der sehr kritisch ist es ist ein Patch auf dem Weg der ist aber soweit ich weiß noch nicht ausgespielt ähm vielleicht jetzt mittlerweile schon wenn der Podcast angehört wird ähm ihr solltet auf jeden Fall mal wenn ihr ein iPhone habt checken ob ihr ähm ja ob ihr Patches verfügbar habt für iOS ähm ähm und falls äh das Ganze noch länger andauert wird sogar vom BSI also vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik empfohlen ähm dass man eine alternative Mail-App benutzt äh was auch immer das dann sein kann ähm ich weiß nicht gibt's Outlook für iOS würde mich wundern äh wobei kann schon sein äh ich muss mal nachschauen glaube ich auch ja also dann dann könnt ihr iOS nutzen und dann Outlook auf dem Smartphone auf dem iPhone ähm ja gut wenn ihr jetzt ein Privatsmartphone habt wenn Firmen-Smartphone da gibt's ja immer noch die Möglichkeit zum Beispiel äh dass die das Mobile Device Management von der Firma eine eigene App mitbringt bei Sophos ist es zum Beispiel so oder ich meine auch beim Mobile Iron ich bin mir da aber nicht ganz sicher bei Sophos weiß ich's äh die haben einen eigenen Mail-Client dabei der als App mitkommt äh und da nutzt man gar nicht den Mail-Client vom Betriebssystem sondern hat da was eigenes ähm kann natürlich auch eine Lösung sein also vielleicht sind Unternehmen da sogar gar nicht mal so betroffen aber Privatleute auf jeden Fall und ja also das äh ist eine sehr krasse Lücke mit der ich jetzt so erstmal nicht gerechnet hab wenn ich ehrlich bin gut ähm wo ich aber mit gerechnet hab ist dass TikTok stinkt ähm ich hab schon ein paar Mal über TikTok gelästert ich mag die Plattform nicht ich finde auch das Geschäftsmodell so ein bisschen speziell äh und äh hab auch Bedenken dass mit den Daten wirklich so umgegangen wird aber das stört natürlich die ganzen äh heutigen Teenager nicht äh das ist denen völlig Wumpe und äh die finden es halt geil diese Plattformen ich kann die Faszination nicht nachvollziehen naja und jetzt ist halt eben rausgekommen äh dass auf TikTok überhaupt keine Verschlüsselung herrscht und man kann halt über so eine Art Man-in-the-Mittel-Attacke könnte man halt zum Beispiel Fake-Videos unterschieben äh und und äh Daten manipulieren und äh ist es halt dahingehend kritisch zum Beispiel wenn es um das Thema Wahlen geht oder Coronavirus auch äh dass man da halt einfach irgendwelche Fake-News oder irgendwas äh Verschlüsselter einschleust und äh die Gefahr besteht halt immer wenn man äh Systeme einsetzt die halt noch mit HTTP ähm kommunizieren oder mit einem unverschlüsselten Datenstream und äh das ist halt bei TikTok der Fall ne also wie gesagt ich mag die Plattform nicht deswegen fand kam mir das vielleicht sogar gerade recht dass das sowas aufgedeckt wurde ähm ja aber es es zeigt halt mal wieder ähm dass man jetzt nicht einfach sagen soll joa das ist halt so und ich nutze die Plattform ohne drüber nachzudenken sondern auch mal hinterfragen was auf dieser Plattform passiert äh und es ist ja auch so das Ding kommt ja glaube ich aus China ähm dass es da auch nahe liegt dass zum Beispiel gerade in China darüber äh Propaganda-Videos relativ gut gerankt werden oh Wunder der Nacht ähm und dass der Content da natürlich sehr stark äh kontrolliert wird und ich Sascha Lobo hat das ja auch schon öfters mal kritisiert ähm man sollte sich halt auch Gedanken machen dass diese App bei 80% unserer Kinder heutzutage vorinstalliert auf dem Smartphone ist oder installiert auf dem Smartphone ist das heißt der Arm der der chinesischen Regierung hat Zugriff auf 80% aller Kindersmartphones in Deutschland schwierig also kann man schon schwierig sehen ob sie es ausnutzen ist natürlich wieder mal eine andere Geschichte ähm aber es ist auf jeden Fall an sich der Gedanke allein dass sowas vorhanden ist ist zumindest für jemand wie mich schon ein bisschen beunruhigend muss ich ehrlich sagen aber gut wie gesagt persönliche Meinung ähm da kann jeder anders drüber denken und es gibt sicherlich Leute die ganz gerne äh TikTok nutzen und da auch äh begeistert sind ich weiß nicht hat einer von euch TikTok mal installiert nutzt ihr das oder ich finde es zum Kotzen okay ja gut vielleicht ist es auch ein Altersproblem wenn jetzt hier jemand wäre 17, 18 oder noch jünger äh der wird vielleicht sagen jo das hab ich und äh was labert ihr da ihr alten Säcke ja ja schwierig schwieriges Thema aber ihr könnt ja gerne mal kommentieren oder uns böse E-Mails schreiben wenn ihr sagt hey TikTok ist so geil und ihr habt alle keine Ahnung hier bei QSO4U dann schreibt uns böse E-Mails an QSO4U äh techtalk at QSO4U.com so ähm ja wie komme ich da jetzt wieder raus gar nicht äh Georg Google genau Rechenzentrum ähm weil das finde ich eigentlich ganz interessant weil ich auch deswegen hab ich gepickt ähm ne Sache ist die ähm die also Google hat seine Rechenzentrum jetzt so angepasst dass sie ihre Rechenleistung dem Wetter anpassen wie funktioniert es ähm also in insgesamt wenn jetzt äh viel Wind geht oder die Sonne scheint und somit mehr Strom im Netz ist dann fährt auch die Rechenleistung von Google hoch oder von äh Google Servern ähm okay und sie verschieben halt so ähm geringe also ähm Prozesse wie zum Beispiel äh Arbeiten an neuen Fotofiltern oder die äh Videoverarbeitung bei YouTube die jetzt nicht so eine hohe Priorität haben wie zum Beispiel eine Suchanfrage direkt auf Google verschieben sie halt auf die Zeit wo halt mehr Strom im Netz ist um halt dadurch auch ein bisschen äh fossile Energien äh so gering wie möglich zu halten weil das ist auch etwas äh in Bayern wir haben nämlich das Problem wenn die Sonne zu schön und zu gut scheint dass wir unseren Strom teilweise ans Ausland verkaufen müssen wir geben teilweise ja wie zum Beispiel Österreich Geld dafür dass sie uns den Strom abkaufen ja ja es ist echt ein Problem also da kann ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern äh aus beruflicher Erfahrung ähm das ist wirklich ein Thema dieses Thema Lastmanagement oder auch äh erzeugten Strom ähm das ist alles noch nicht ganz so weit wie man es vielleicht gerne hätte beziehungsweise anders ausgedrückt die Sonne scheint halt nicht dann wann wir wollen sondern wenn sie will und der Wind weht auch dann wenn er will und ähm nicht unbedingt dann wenn auch die Last abgefragt wird und dann ist es ja wichtig dass man zum Beispiel sagt okay und das finde ich halt wirklich bemerkenswert äh abgesehen davon Google ist eine sehr Green Company anders als es vielleicht manche Medien uns einreden wollen mit einem schlechten Gewissen und Streaming und so weiter aber Google ist durch und durch eine Green Company äh weil denen ihre ganzen Datacenter laufen halt schon seit Jahren auf erneuerbaren Energien und so weiter und jetzt noch zu sagen okay wir perfektionieren das nochmal und solche Vorgänge wie du gerade gesagt hast Video Rendering irgendwelche vielleicht Wartungsvorgänge ähm auch das Thema Crawling von den Webseiten also die Suchmaschine die crawlt ja Webseiten ab dass man die zum Beispiel dann durchführt äh wenn die der Strom günstig steht sag ich mal äh vereinfacht gesagt oder wenn zum Beispiel oder man verschiebt diesen Job an einen Datacenter Standort äh wo gerade eben ein Überhang an Strom vorhanden ist und äh lässt dann da das Ganze durchlaufen also finde ich sehr faszinierend und auch sehr sinnvoll ehrlich gesagt das Ganze ja ähm was ich auch sehr sinnvoll finde oder sehr gut finde und da kommen wir jetzt schon fast zum Ende ähm ist die äh Felix Bar Tesla Dokumentation deswegen so Thema erneuerbare Energien und äh Ressourcenschonen und äh Umweltschutz vielleicht auch zu einem gewissen Punkt ähm wurde da wirklich auf die Spitze getrieben und ich hab mir gedacht hey ihr habt ja sicherlich alle gerade wenig zu tun ihr wollt äh vielleicht gutes Zeug sehen ihr wollt äh tolle Videos sehen aber die aktuellen YouTuber die hauen im Moment relativ wenig Zeug raus zumindest äh die Leute die ich abonniert haben die drehen sich im Moment so ein bisschen im eigenen Saft und äh haben irgendwie nichts mehr ähm was sie jetzt neu produzieren können weil sie halt nicht rauskommen zu Hause ähm aber einen gibt's oder drei besser gesagt nämlich den äh Felix Ballinger also Felix Bar auf YouTube einmal den Jonah Plank der heißt glaube ich auf YouTube auch Jonah Plank äh und den äh Jonas Falk der heißt äh hab ich vergessen auf YouTube ähm auf jeden Fall die waren zusammen Anfang des Jahres äh am Nordkap also in Norwegen unterwegs äh wo es ja wirklich arschkalt ist also minus 18 Grad und Schneesturm und was weiß ich alles und haben eine Dokumentation gedreht wie sie mit einem Tesla also von Felix der Tesla und einem Diesel SUV von Jonah äh Richtung Nordkap gedüst sind und das haben sie so geil gefilmt erstmal natürlich klar 4K und zweitens mal krasse Drohnen Shots und auch sag ich mal in Form einer Dokumentation also das heißt man wird mitgenommen wie funktioniert das wenn ich mit einem Elektroauto von Deutschland nach Norwegen baller und äh dort dann versucht bei diesen extremen Witterungsbedingungen also ich hab dann einen Schneesturm in der Dokumentation gesehen den hab ich so noch nie gesehen ehrlich gesagt also richtig heftig äh und auch wirklich gut gemacht äh sowohl filmtechnisch als auch äh was jetzt die äh Dokumentationselemente angeht find ich wirklich sehenswert geht zwei Stunden lang und ich glaube sowas wurde von einem YouTuber bisher in der Form noch nicht produziert deswegen muss ich das echt hier mal promoten äh ja ich meine ich stehe sowieso äh nicht auf Kriegsfuß mit den anderen Technik-YouTubern äh da gibt's überhaupt kein Konkurrenzgefühl eigentlich äh ich glaube auch dass die die meisten sich untereinander schon die Butter auf dem Brot gönnen und äh Felix und den anderen gönne ich das wirklich äh ganz ernsthaft den Erfolg weil da steckt so viel Arbeit dahinter also wer sich das mal angeguckt hat absoluter Wahnsinn ich weiß nicht habt ihr das gesehen die Doku oder also falls ihr euch für Tesla und Elektromobilität und sowas interessiert oder auch einfach nur für Norwegen und die Landschaft und so oder einen geilen äh Roadtrip Vlog sehen wollt der in sag ich mal äh Doku Kino Style geschnitten ist guckt euch das an also wirklich absolute Empfehlung ist kaum langweilig also kein Stück eigentlich äh wenn man sich für das Thema interessiert das Einzige was ich halt gemerkt hab weil ich hab das auch mal ein bisschen rumgeschickt in meinem Umfeld äh dass halt teilweise das Wesen von Felix äh manchen Leuten nicht so gefällt ums mal vorsichtig auszudrücken ähm wirklich aber das haben wir am Anfang ja schon drüber geredet manche Leute finden halt auch dass ich äh sehr äh oder können mit meiner Stimme oder mit einer Stimme von euch nichts anfangen äh und da ist es halt genau das Gleiche äh Felix ist halt sehr extrovertier und redet viel und was weiß ich äh und wer das nicht mag oder wer damit nichts anfangen kann schwierig aber ansonsten für alle anderen empfehle ich das und das ist wirklich mal das ist wirklich mal eine absolute Werbung an der Stelle ohne dass wir Geld dafür bekommen äh guckt euch das an wenn euch das interessiert äh Tesla Model 3 versus äh Diesel SUV zum Nordkap ähm absolut granios ich hab wirklich das gerne geguckt und äh manche Momente sind dabei wo man sich denkt okay stellen die sich an aber das macht die Sache auch witzig also ein bisschen humoristisch ist es auch aber wer die Jungs kennt der weiß dass das äh ähm ja dass sie halt so sind und ja auf diesen Wege also falls ihr das hören solltet einer von den von den Dreien ähm ja auch alles Gute für euer Studio dann ihr seid ja gerade rüber in Leipzig ein neues Studio zu beziehen ähm sei an der Stelle auch mal erwähnt und äh macht wirklich gute Arbeit jo ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt könnt euch angucken gut Jungs dann würde ich sagen wir sind eigentlich schon fast durch und ich muss auch langsam mal auf meine nicht smarte Toilette ähm und äh in diesem Sinne äh denkt dran Hinweise per Mail an techtalk at curso4u.com denkt an die Umfrage in den Shownotes oben erster Link oder zweiter Link erster Link ist Artikel zweiter Link ist wahrscheinlich da die Umfrage machen wir jetzt immer Umfrage der Woche schickt uns Vorschläge für irgendwelche Snacks Süßigkeiten äh und dann würde ich sagen hören wir uns demnächst wieder und ja vielen Dank fürs Zuhören bis zum nächsten Mal True bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.